. 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 begrabbelt gerade immer das gleiche das ist immer das gleiche ganz ehrlich ist wirklich so was ich mache dir eine neue ich habe nicht neues kind gekauft man dick das freut mich auf heute ich freue mich auch richtig auf heute ich habe gestern richtig schön entspannt und mir topfit mittlerweile was macht jetzt dann ich habe ein bisschen einfach nichts gemacht paar sachen geguckt kurz mal ww eingeloggt aber nicht wirklich gespielt also und er einfach gechillt müssen regeneriert aber kam es die versuchung und hast du dir selbst gedacht jetzt dailies was ww oder was natürlich genau ja ich habe mich eingeloggt und das ist war schon wieder so ein gefühl dass ich jetzt irgendwie zwei tage lang wieder in den kack machen muss um aufzuholen weil es so alles lieber gelassen es hat keinen spaß gemacht war einfach so kaputt gestern verstehe also ich kenne das mit den kaputt sein glauben ja was habe ich auch fertig gemacht ich war so kaputt gestern dass ich immer habe man bei rust immer in euren stream kurz rein reingucken habe gedacht es kann ich jetzt nicht mal mehr gucken ich brauche ein bisschen abstand wenn ich jetzt heute wieder gas geben kann kenne ich aber finde ich gut dass du da also ich meine was du bist also reingerutscht in unsere bande und mittlerweile bist du genau so ein schwitzi wie wir das großartig nicht dass es vorher nicht war es ja es kommt immer auf meine lebensphase an es kommt immer auf die aktuelle lebensphase an schwankt immer sehr stark von monat zu monat bei mir jetzt gerade januar hatte ich finger nicht an mit jetzt lass mal reset machen wieder sport und gesund ernähren und nicht mehr ganz so viel zocken jetzt schwankt gerade so müssen wir die andere richtung die trust ich mache schnell klamotten für dich was möchte haben also eine hose wäre schön doch mal farbe und deine hose die finde ich schön so eine militärhose quasi ich mach mal zwei verschiedene aber die einmal die es sind schon krasser militärs jetzt schon soldat auf jeden fall die sky die sky die sky ich brauche noch ein hemd wenn ich wenn ich kevlar habe ich habe so ein paar lästige oberteile schauen wir hier das ist das soldatenoberteil ganz geil ich guck mal mit der hose zusammen das ist aber full social kann man ein bisschen durchrotieren vielleicht finden wir was anderes merke schon guckst du mit deinen lüstern und augen dieses soldaten outfit an ja ich guck gerade ich guck es gerade an aber ich weiß nicht ob das so gut ist wenn wir jetzt als soldaten umlaufen sind wir ja schon so naja aber ich sollte mir eine kampfuniform haben wenn wir zum beispiel auf origen also ja das stimmt aber ich sollte auch so eine zivile sachen im hier haben mal hier das recht zivil vielleicht so eine art hat sogar eine erkennungsmarken drin kevin moin vielleicht die hose dazu der revolver passt gut auf jeden fall zu der hose aber mal gucken die hose gefällt mir nicht so warum habe ich pattys klamotten in meinem inventar keine ahnung mir hat jemand meine hose geklaut vielleicht farblich zu dem einen oberteil vielleicht die hose hier ja das ist mir auch zu crazy hose die hose her und die oberteil nicht raus gleich so einfach ordentliches gehen zu finden das war dann mal habe ich das militär oberteil zurückgegeben das wollte ich behalten ich glaube in der kiste drüben ich habe mich gerade nicht dabei das hatte ich doch gerade noch habe ich das nicht gegeben scheinbar nicht ne ach alles gut habt ihr noch habt ihr noch habt ihr noch das geht doch als fast zivil durch oder schluck geräusche aus der unteren etage hallo party ein hut noch hast du noch einen hut daniel richtig schicken einen der zum revolver passt ich habe ein neues cooles auftritt wo bist du da oben ich bin ein über dir warte ich komme runter ach hier okay das ist der beste helm und die beste rüstung nur halt mit absoluten skins das ist auf jeden fall anders das stimmt wohl so ich wollte nur nachtsgeräte mitnehmen aber nur noch so einen geilen westernhut irgendwie oder schwierig ja der zu dem revolver passt soll ich die coole sneaker machen nö die boots finde ich schon geil moin jungs hey chris es geht ab moin ich habe so verpennt verpennt 16 uhr ich bin erst um 5 fühle ich sehr hat die 14 uhr 30 aufgestanden hat die hast du mir meine hose geklaut vorhin hier als ich eingeloggt habe hatte ich keine hose mach das erste mal und du warst noch nicht vorher und ich wette es war Daniel ich habe es gesehen es war schon wieder Daniel und er tut schon wieder so als wäre es nicht gewesen party ist stumm jetzt habe ich eine hose oin nicht kann behalten gestern jetzt auch so okay ja ich verstecke die mal erstmal ein Telefonat Mario, fliegst du grad? Ja, Mario fliegt, Mario fliegt So, ich wollte meine Sache auf den Grund gehen Ach, hat er sich schon aus dem Telefonbuch freiwillig nach meinem Anruf rausgestrichen? Der Bürgermeister Hat das schon gereicht? Haben wir noch Scrapta? So aus Ja Ein Anruf hat gereicht und der Bürgermeister hat sich direkt rausgestrichen Sehr gut Sehr gut Danke Patti Gute Frage Da stand halt Geheim, Geheimbasis Das Das Wir haben jetzt eine Außen-Based übrigens Kann ich euch gleich mal zeigen Geheim 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 Was? Das ist verdächtig Später nochmal Hat noch jemand ein Scrap? Ich habe jetzt nur gerade 46 am Mann, wenn dir das reicht. Ich wollte ein Pferd holen gleich, also die 46 würde ich auf jeden Fall nehmen und dann noch ein bisschen was farmen. Ich habe gestern leider unsere erste Tour von dem Stoff Scrap verballert, im Gamble. Eieieiei, direkt wettsüchtig geworden. Aber wir kriegen jetzt, wir kriegen jetzt jede 2 Stunden, kriegen wir 1300 Scrap. Hä, warum? Wegen dem Stoff. Dieser Stoff können wir verkaufen beim Bandit Camp und dafür kriegen wir dann Scrap. Ah, das ist ja geil. Das Moni sollte ich mitnehmen. Ich habe auch gestern nur noch 1000 Scrap reingelegt. Ich glaube das schon verbraucht ist. Ey, das sage ich dir ganz ehrlich, das denke ich mir auch immer. Irgendwie denke ich immer Scrap rein und alles ist weg. Ich gehe nochmal alles durch. Ja, die Steinkiste ist ja auch leer. Moin. 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 Die haben ja den Outpost. Ah, ja, ja, ja. Stimmt. Dafür. Moin G. Moin G. Moin Jörg. Okay. Du bleibst im Arsch. Ey, fahr mir auf. Ich auch. Deswegen habe ich gestern mal frei gemacht, die Jungs. Also ich habe gestern gemerkt so, oh ne, ein Tag mal. Aber die Sucht ist einfach zu groß, was soll ich sagen. Ja, aber jetzt so frisch macht es direkt mehr Spaß wieder. Ich freue mich richtig krass gerade auf den Tag. Ja, wir haben eine Einladung bekommen, weil wir jetzt so eine Hochzeit heute. Eine Hochzeit? Wann denn? Ähm. Ja, das weiß ich leider nicht mehr. Okay, sehr gut. 23 Uhr, glaube ich. 23 Uhr. 23 Uhr. 24 Uhr. Ich habe mir das Tag eine Unfallbild geupdatet. Sehr gut, sehr gut. Also ich fasse mal zusammen. Wir haben kein Holz. Wir bekommen nicht mehr auf die Null. Wir haben kein Stein. Und wir haben kein Scrap. Und dafür haben wir aber Food. Und wir haben Sprengstoff. Ja, genau das, was wir brauchen, oder? Kannst du mir das Holz mal an den linken Ofen bringen, also wenn man vom Eingang kommt links? Aber der Außenbus nicht steht, Hanna. Jo, den werd ich mir gleich mal als erstes ansehen. Der ist irgendwo Nord-Ost, ne? Ja, der ist auf, warte Sekunde. V10, direkt an der Straße. V10, okay. Ist auch ein Gefängnis dort. Funktionsfähig? Ja, wir hatten schon Aster im Knast. Aha. Sonst noch was passiert gestern, von dem ich wissen sollte. Der wohnt übrigens gleich nebenan. Oh ja, einiges, einiges. Dann klär mich mal auf. Ähm, wo bist denn du grad? Bist du hier oben bei den Waffen? Ich bin bei den Öfen. Aber wir waren ja gestern am Oil Rig. Zufälligerweise waren die Beats auch dort zu der gleichen Zeit und waren gerade kurz vorm Aktivieren der Kiste. Oh. Und dann? Und die sind alle gestorben und wir haben keine Ahnung wie viele Waffen wir jetzt hier. Oh, einmal die Pizza ausgenommen. Wenn du hochkommst. Wir haben den sogar... Ja, ich komm hoch. Die Kiste, wie die aussieht. Hier die untere. Das ist fast alles Beute. Alter. Me likey, me likey. Guck mal in die AK-Kiste. Die AK-Kiste. Ja, das ist die. Achso, achso. Das ist vor allem der Kars. Sehr schön. Good Job. Ja, es gab auch noch ein kleines Spektakel mit Vex gestern. Der wurde bei Darukat gefangen genommen. Was? Vex wurde gefangen genommen? Ja, das ist ein bisschen eine schwierige Situation gewesen gestern. Vex kam irgendwie in eine andere Base, die daneben an ist. Hat dann einen mit einem Jackhammer gekillt. Wurde dann selbst gekillt. Und dann hat Darukat den festgenommen. Sein Durm eingesperrt. Oh man, war weg schon wieder betrunken oder wie? Ja, er war zuvor in der Bar an der Kreuzung. Man muss uns irgendwann was ausdenken wegen seines Alkoholproblems. Also es kann so nicht weitergehen. Wir haben auf jeden Fall eine Shooting Ranch in der neuen Polizeistation gebaut, damit er seine Aggression ein bisschen freien Lauf lassen kann. Fällt mir. Sag mal, hattest du jetzt noch ein bisschen Holz? Obwohl man dich in den Ofen nochmal anwerfen kann. Also wir haben keins mehr hier. Aber ich könnte ans Holen gehen, ne? Okay, dann wäre gut, wenn du einmal gleich Holz holst. Genau, deswegen meine ich. Weil die Öfen laufen gerade nicht. Und wir haben noch richtig viel Eisen, was da durch muss. Wir brauchen Sprit übrigens auch, haben ja auch keinen mehr fast. Warte mal, hier hinten könnte noch was sein. Ich habe hier irgendwo was hingelegt. Mal sehen, ob es noch da ist. Tausend Sprit habe ich hier noch. Boah. Boah. Warte, ich hab's. Sprit war gestern im Anfeder. Ich hab tausend. Ich hatte tausend Sprit noch in dem scheiß Heli drin. Ich hab den Heli ja in die Luft gejagt. Also der gestern bei der Oil Rig. Schon wieder ein Heli in die Luft gesprengt? Ja. Weißt du, warte mal, ich hab noch. Ja, ne. Wir sind dann in den Pilz gestorben. Und dann sind wir halt rausgesprungen, damit wir dorthin kommen nochmal, weißt du. Und ich hab den Sprit vergessen rauszunehmen. Ich hab noch ein paar Sachen unten in der Farm, wenn du was brauchst. Was ist da vorne? Ähm, nö. Ähm. Ich brauch jetzt erstmal... Wo sind die denn? Scrap eigentlich nur gerade. Kettensägen. Kettensägen. Kettensägen, die sollten oben neben den Workbenches in der Kiste sein. Kettensägen. Nö. 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 Ja, ja. Alles Wichtige dabei, oder? Vielleicht noch eine Mili-Waffe. Nö. 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 Vip ist, Chat. Ob der ... passiert oder nicht. Bei uns. Awork,ders esempio. Ja. Warum C4. Man sollte mal ... Weiß nicht. Wir haben's halt. Gucken, was damit passiert. So, dann holen wir uns mal ein Pferd, würde ich sagen. Wir haben keinen Stein mehr gerade. So, einmal eine Runde Scrapping-Clean. So, einen Armbar habe ich auch mit. Ich geran. Ja, hallo, Polizei. Hallo, ich habe gerade einen Anruf mitbekommen. Jemand möchte die Braut heute Abend töten lassen. Was für eine Braut denn? Und reden Sie mal nicht so aufgeregt. Heute ist doch die Hochzeit von diesem Toru. Von dem Rächer. Ach so, die Hochzeit um 23 Uhr, ja? Ich weiß nicht, wann sie stattfindet, aber jemand will die Braut umbringen lassen und er hat diesen Chief angerufen. Und eine Sekunde. Wer war denn das überhaupt? Wer den Namen fragen soll? Shit. Okay, die Braut soll heute Abend umgebracht werden. Ich weiß jetzt aber nicht, wer das war. Bisschen Schwund ist immer. Ja, kann man nichts machen, ne? Aber kann es doch mal weitergeben nachher. 23 Uhr, Toro, Brauser umgebracht werden. Mal sehen, was passiert. Roger, roger. Patti, hast du noch ein bisschen Scrap gerade parat? Patti! Man, die sind echt broke. Holz ist gut, Holz brauchen wir auch in den Öfen. Holz kannst du erst mal jeden Ofen mindestens einen Stack reinpacken. So Metall nennen, dass ich das weg kann. Ah, das brauchen wir jetzt noch. Den können wir vielleicht wegkauen. Komm. Lass den Scrap da raus. Hier noch was. Regal. Können wir... Ne. Wer hat denn meinen ganzen Scrap gestohlen? Ja, ich hatte auch gestern noch 1000 Scrap. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Hat wahrscheinlich alles Chris vergambelt. Chris? Ah, der ist schon weg. Der hat scheinbar die ganzen Einnahmen von der Farmer verzockt gestern. Oder Mario trägt das Scrap gerade. Könnte auch sein. Könnte auch was sein, ne? Ich geh mal Holz organisieren, ne? Achso, ich wollte noch Wut mitnehmen. Wir haben allen... Wir haben den ganzen Farmer aufgebaut, Chat. Ich hab richtig viel gefarmt. Ist alles schon wieder weg. Ist wahrscheinlich für den Außenposten draufgegangen. Wir haben so einen abgefarmt am Freitag. Ich geh mal 16 Kürbisse mit. Alright. Also werdet... Achso. Ja, unsere Basis hat jetzt Außenmauern, Chat, ne? Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Außerdem haben wir Selbstschussanlagen. Ähm, die schießen jetzt auf alles, was sich bewegt. Sind auch aktiv. Als Absicherung gegen die terroristische Vereinigung, die sich hier auf der Karte gebildet hat. Und... That's it. Oben wird ausgebaut gerade, seht ihr? Da wird ganz oben... Vielleicht könnten wir heute das Tor ein bisschen zumachen, dass nicht wieder Leute hier sterben. Jaaa, die können auch lesen, oder nicht? Ja, eigentlich stehen zwei riesen Warnungen hier. Oh, hier könnte man noch eine machen. Hier ist auch noch eine Dapfel. Ja, da sollte noch was hin, auf jeden Fall. Mal nachher, ich geh mal Holzzeug in die Sinne erst. Später, später vielleicht. Was gegen die Terroristen, die schießen also auf euch? Jaja, die ganze Zeit. Gestern wurden wir mit zwei Raketen... Zwei Raketen wurden einfach auf uns abgeschossen. Auf unserer Basis. Einfach an die Mauer. Hat jemand zwei Raketen geschossen von der Tankstelle unten. Keine Ahnung, wer das war. Die Brunnen wurde vorgestern? War, glaube ich, vorgestern. Weiter. Ich muss jetzt Steam... Wie kann ich einmal Steam-Overlay ausmachen? Das nervt mich sonst wieder den ganzen Tag. Warte, mach das mal hier. Ähm... Sonst nervt mich das wieder den kompletten Tag. So... Ich werde mich hier einmal ausloggen. Disconnect... Quit... Jetzt nervt mich das wieder den kompletten Tag wie die letzten Male. So... Settings... Interface... Unter was finde ich das? In-Game. Enable Steam-Overlay while in-Game. Aus. Zack. Bombs. Wieder rein. Einmal neu connecten. Währenddessen lese ich nochmal Subs vor. So... Ähm... Es geht los mit Samurai. Für 8 Monate schreibt... Kleiner 3. Dann wende ich. Kleiner 3 zurück. Ähm... Maska. Für 30 Monate... Moment. Einmal connecten. Danke an Maska. So... Ähm... Console... Und Clear. Bup. Ähm... So... Dann noch gesubbt. Nach Maska. Pilot. Für 2 Monate schreibt... Don't trust... Trust the police. Ich weiß... Also... Das wird hier ein bisschen... Both months. Für 40 Monate schreibt... Polizei gleich Dofizei. Das ist eigentlich ein guter Werbespruch. Ähm... Dann nochmal die 5 Subs von Baba Bum. Danke dir. Mich schubbt... E-Schlumpf für 20 Monate. Mr. E-Champ für 5 Monate schreibt... Hat Honor seinen Bart jetzt verputzt. Nein. Das steht... Baumaterial steht einfach in der Ecke jetzt. Das hat sich verändert. Sclaim für 4 Monate schreibt... Yay. Fingolmar für 13. Torens für 29. Und Yandalf der Blau für 22. Schreibt... Ungecute. Ja, Leute. Danke für die Subs. Danke für den Support. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen entspannenden Tag. Wir chillen heute bei Rust rein. Wir werden ein bisschen was unternehmen. Wir werden ein bisschen... Aber auch das Spiel einfach spielen. Also... Erwartet jetzt nicht, dass wir die ganze Zeit RPen, ne? Ähm... Aber ich werde auf jeden Fall ein bisschen kurz... Heute mal gucken. Ein paar Sachen möchte ich gerne nachgehen. So... Wir müssen herausgefunden, dass wir hier in der Kill-on-Side-Zone, an der Power Plant, haben wir direkt noch einen Recycler. Das heißt, ich muss nicht einmal zur Tankstelle hinladen. Was mit eurem Heli passiert. Also, wie ich es verstanden habe, gab es gestern, als ich offline war, ein Fight beim Oil Rig, also hier unten rechts, gegen die Pete's Meats. Und Chris ist, ähm... zu Unterstützung gekommen, mit einem Helikopter. Und dabei ist er abgestürzt. So... Das ist richtig verstanden. Waren wir nur der kleine Heli. Okay. Und die großen Helis, naja. Also ihr wisst ja, wie es bei uns läuft, ne? Einen Tag ohne Unfall gab es auf jeden Fall noch nicht. Gut. Danke auch an Crono-Wehr für vier Monate und Elatrix für zwei Monate. Tag ohne Unfall bei minus 14 oder so. Ja, so ungefähr. Minus elf war es gestern? Ja, naja, ja, 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 ja. Von unseren Jungs. So. Ich... Wir holen uns erstmal ein Pferd. Gucken wir mal die Pete-Basis. Also, das Ding ist, die Pete's Meats haben unsere Kameras abgerissen. Da haben wir auf jeden Fall ein Problem mit. Das macht sie sehr verdächtig. Warum hast du C4 dabei? Nicht das? Warum nicht? Weil es ja nie was passiert. Muss ich für alle Eventualitäten mal ein bisschen abdecken. Ich mach mich irgendwie nervös. Warte, jetzt entspannt doch mal. So, nur ein bisschen C4. Nicht so schlimm. So, guten Tag. Gern ein Pferd kaufen. Das Pferd hier. Ist ganz gut. Wahrscheinlich schon das Beste. Gibt es die überhaupt bessere als 47? Wir haben nie ein besseres gefunden. Ach, 45 ist schon Topspeed, oder? 45 ist Bock. Wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts dagegen genau beobachtet zu werden. Ey! Das ist ein guter Werbespruch. Kriegen wir den irgendwie auf dem Plakat untergebracht? Nichts zu verbergen. Ein bisschen kürzer. Ein bisschen kürzer. Allgemein würde ich gerne noch ein paar Plakat auch aufbauen. Aber wir haben gerade keinen Stein. Es kann sein, dass ich heute einmal Farmen gehe, Chat. Aber wirklich nur eine Runde. Weil wir haben alle Ressourcen verballert. Wer nichts verbirgt, braucht nichts zu befürchten. Nur Täter haben Geheimnisse. Transparenz gleich Gleichheit. Freiheit durch Sicherheit. Ist auch gut. Ihr habt doch nichts zu verbergen, Zwinker. Wo bin ich? Hallo? Achso. In der Sonne ist er. Ich ländle mich hier so. Nur Diebe haben Geheimnisse. Ist Asmogel eigentlich Polizeianwärter geworden? Asmogel ist noch nicht wieder aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob er gestern war. Ach stimmt, das wollte ich fragen. Das habe ich... Wollte ich... Wollte ich... Ich wollte mich danach erkundigen, was mit Asmogel ist. Ich habe keine Ahnung, was mit dem ist. Das ist ja jemand. Wer ist denn gerade da? Niemand da. Okay, muss ich später fragen. Ein bisschen Überwachung hat noch keinem geschadet. Auch sehr gut. Ja. So. Ähm. Okay. Dann werden wir unser Pferd. Was? Was? Och jetzt komm. Stell dir mal das an. Hallo. Wer nacken noch. Really, jetzt... ist junge Dame. Danke. Warte. Okay, so. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ich wollte mal bei Rüdiger und Lenny vorbeischauen, fällt mir gerade ein. Weil die haben uns ja angelogen. Da war ich noch nicht. Die haben uns gesagt, die wohnen bei I21. Die haben mich angelogen. Die haben gesagt, die wohnen hier. Hier. Aber die wohnen, die wir herausgefunden haben, dank Asmogel, bei G23. Ich denke, da werde ich mal vorbeischauen. Mal gucken, ob die überhaupt zu Hause sind. Aber dann wollte ich früher oder später sowieso mal einen Besuch abstatten. Mal eine kleine Tour. Ich meine, das war nicht sehr vertrauenserweckend von den beiden. auf jeden Fall. Klingt, das hätte nie was zu verbergen. Ja, das höre ich. Ein Tier. Ja. Mal eine kleine Tour. Was haben wir gesagt? G23. Wie sieht eigentlich die Drogenpolitik bei Rust aus? Ja, Drogenhändler haben wir auf jeden Fall schon hochgenommen, aber es gibt auf jeden Fall meistens dringendere Verbrechen. So, G23. Also, Asmogel hat uns gesagt, dass die hier irgendwo rumlungern sollen. Was höre ich? Höre ich schon wieder? Ein Tier? Ein Wildschwein oder was? Oh Gott. Nee, ne? Ich bin am Wasten. 23. Räuberöhle meinten die. Ist das vielleicht literally ne Höhle? Wir haben hier irgendwo ne richtige Base. Bestimmt die Information von Asmogel auch gar nicht. 23. Räuber, das fällt mal ab. Hier ist doch gar nichts. Sind die umgezogen jetzt direkt oder was? Haben die mitbekommen, dass die aufgeflogen sind? Das ist ne Base am Wasser, das sind die aber nicht. Das sind irgendwelche Bauern. Das ist hier vielleicht ne Höhle. Scheiße, gerade Nacht. Das da ist schon ganz, das ist nicht mehr das Feld. Muss jemanden fragen. Das ist schon alles. Also, Asmogel hat uns anscheinend mit falschen Kommission gefüttert. Gucken wir mal wieder Squat streamen. Was soll ich denn aufmachen? Wer streamt alles? Bio streamen, Chris und Jim. Okay, machen wir ein Squat stream auf schnell. Ruhig, 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 ruhig. So, wenn sich aber drüben die Maus bewegen, dann wird das links noch mit. Äh, Squat stream. So. Mario. G. Ring. Und it's Chris. Chris. Ist das schief genug? Warum? Das ist Chris. Hm? Ist doch einfach It's Chris, oder nicht? Mit Unterstrich. Ready. Okay, okay. It's Unterstrich Chris. Okay. Chris einmal annehmen. Bup. So, Squat stream ist gestartet. Offiziell. Oh. Äh. Räuberhöhle. Ist hier nur ne Höhle. Haben die vielleicht sich ne Höhle gesnappt? Könnte vielleicht irgendwo ein Eingang sein. Haben wir Räuberhöhle gesagt. Weiß nicht, ob die das wortwörtlich meinen. Wo ist die Base da vorne? Wollte jetzt nicht mehr Glied 23. Vielleicht guck nochmal da drüben. Da waren auch noch Felsen. Vielleicht ist die Höhle da. Acht Flugzeuge sind da. Scheinbar Drops nun. Oh. Drops. Reaction. Nice. Also. Hier sind Rocks. Vielleicht gibt's hier irgendwo ne versteckte Höhle. Schein müssen wir gleich erstmal. Mal fragen. Der hier in der Nähe wohnt vielleicht. Vielleicht. Vielleicht sind die auch umgezogen. Oder Asmogel hat uns einfach angelogen. Er ist kalt. Das kann auch sein. Informationen klangen eigentlich gut, die er mitgebracht hat. Bei dem Erdruck eigentlich dann automatisch KOS. Kerat hat im Discord geschrieben. Nein. Das ist nicht automatisch KOS. Das ist RP. Also erst RP bevor man schießt. Man darf nicht sofort schießen. So. Also ich denke, ich hab hier alles abgesucht. Lenny und Rüdiger scheinen hier nicht zu wohnen. Was ist das? Was ist das? Da geht's diese Basis. Wer wohnt hier? Hallo? Jemand zuhause? Ich find die Lichtscheitern. Ja, guten Tag. Ich find die Lichtscheitern nicht. Tut mir leid. Moment. Einen Moment. Hier. Guten Abend. Ja. Wo denn? Ah, hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, ich bin hier einmal in der Gegend unterwegs. Wollte erst mal gucken, wer hier wohnt überhaupt. Ich kenn die Basis noch nicht. Was machen sie denn hier? Das ist nicht die Basis. Das ist ein Jungunternehmen namens Hinkelstein Ltd. Und die ist gestern Abend entstanden. Wir bieten Steine und das Verdichten von Basen. Und ja. Okay, und was bezahlt man hier für einen Stein? Das müsste ich erst noch abklären mit der... Es ist ja Sonntag. Also heute darf eh keiner arbeiten. Ich bin hier nur zur Beaufsichtigung nochmal. Und gucken, ob alles verdichtet ist. Also da reden sie mit der Polizei. Da drücken wir auch gerne mal in den Augen zu, ne? Ach so. Okay, natürlich. Die Preise sind eigentlich sehr human. Es kommt immer auf die Mengen und die Arbeitsstunden natürlich. und den Aufwand der Basis. Aber generell denke ich, kann man sich da einigen. Okay. Ja, vielleicht werden wir demnächst mal vorbeikommen. Ein paar Steine abkaufen. Sagen Sie mal, ich bin aber eigentlich noch wegen einer... Sehr gerne, sehr gerne. ...wegen einer anderen Sache hier unterwegs. Und zwar suche ich einen Rüdiger und Lenny. Die sollen eigentlich in G23 eine Höhle haben. Räuberhöhle angeblich. Aber ich habe nichts gefunden. Wissen Sie was darüber? Ach, der Herr Lenny. Ja, der hat mich mal einmal überfallen. Da kam ich aus ne Höhle. Und ich habe ihn aber allerdings nicht viel abgedrückt. Also die hellsten sind sie nicht. Sagen wir mal so. Und wissen Sie wo die wohnen? Es hießen Räuberhotzenplotzwald oder die nennen den Düsterwald oder so. Und zwar auf ungefähr L19 K19. Da hat er mich überfallen. L19 K19. Aha. Da hat er gemeint, halte dich vom Wald entfernt. Also weit entfernt, vom Wald. Können Sie mir genau sagen, in welchem Feld das war, wo sie überfallen wurden? Äh, ne. Also ich kam gerade aus der Wüste und war ziemlich angeschlagen und wollte jetzt nicht auf Konfrontation gehen. Und dann habe ich ihnen einfach eine Klingel gegeben oder so. Dann war er auch schon zufrieden. Ähm, ja, das war in dem Dreh K19 würde ich eher sagen als L19. Von der Straße ein bisschen im Wald abgelegen. So mittig. Von der Straße entfernt ein bisschen. Okay, okay. Und dann ist er auch in Richtung Wüste verschwunden. Gut, dann werde ich da mal reinschauen. Und die haben sie überfallen, sagen Sie, ja? Ja, die hatten Glück, dass ich nicht bewaffnet war an dem Tag. Ich hatte nur eine Axt dabei und wollte Holz sammeln. Äh, äh, und der hat einen Bogen leider. Also die sehen folgendermaßen aus. Der eine hat so einen Knochenrüstung-Anzug an und auch ein Geweih. Sind sie sehr leicht auswendig zu machen, finde ich. Ja, ich bin dann auch schon mal über den Weg gelaufen. Da wusste ich aber noch nicht um die Gefahr. Ähm, ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Information. Ähm, eine Frage habe ich natürlich noch. Ja, sehr gerne. Haben Sie schon Steuern gezahlt? In der Tat ist die Baugenossenschaft, äh, informiert über diesen neuen, neuen Bau hier. Äh, ist aber noch nicht durch, weil heute ist Sonntag. Montag müssten wir uns anwerben und an gewerbepflichtig natürlich Abgaben leisten. Ähm, wir wollten auch noch die Frau Lara Loft besuchen wegen einer Werbereklame für unseren Bauunternehmen. Das dürfte auch noch im Prozess stehen. Ähm, ja. Aber wir kommen sobald natürlich darauf zurück. Kein Problem. Ich rede hier über Steuern an die Polizei. Also wir müssen hier für Sicherheit sorgen. Ach so. Was wäre zum Beispiel, wenn hier einfach jemand ein Loch in die Wand sprengt? Also, ne? Sollten wir hier auf jeden Fall aufpassen. Wer macht denn sowas? Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, sagen wir mal 20 Scrap heute und dann passen wir weiter auf sie auf. Können wir vielleicht nicht einen Rabatt für sie und ihre Truppe an Stein irgendwie aushandeln? Das ist doch eher lukrativer für sie auch. Ja, wir schlagen sie ihn vor. Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, wir könnten am Tag für die Polizei, sagen wir mal, wenn sie immer 5k Stein holen, dann kriegen sie 1k quasi umsonst. Hört sich das gut an, der Handel? 5 Tonnen und 1 Tonnen umsonst? Machen wir lieber mal, wenn wir 9 holen, dann kriegen wir 2 umsonst. Die 10. umsonst? 2. 2. Okay. Ich werde es mit dem Fleischhammer. Das ist der Chef des Unternehmens und ich bin quasi der erste Vorarbeiter. Äh, Facharbeiter. Aufgestiegen gestern. Und, ähm, ich denke wir werden uns einig auf jeden Fall. Für heute Zeit. Ich bin natürlich mit Scrap erstmal, damit sie zufrieden sind. Sehr gut, sehr gut. Ich werde dann auf jeden Fall die Tage nochmal vorbeikommen und das checken. Ich habe gerade keinen slotfreien Moment. Das war ein schlechter Chat, oder? Ich müsste kurz was wegschmeißen, einen Moment. So, da müsste 20 Scrap liegen und mein Nähzeug, ja, meine Hose war vorhin kaputt. Ja, sehr schön, Herr Boda. Ja, dann danke ich Ihnen für die Kooperation. Wenn was los ist, rufen Sie einfach bei uns an. Polizei, Dienststelle, können Sie uns jederzeit erreichen. Die Polizei ist für Sie da, Zwinker. Alles klar. Sehr gerne. Schönen Abend noch. Erstmal einen schönen Abend. Tschüss. Ganz gut. So. Ähm. Also. L19K19. Was für Steine. Ja, aber ich bin ein bisschen verwundert darüber, dass Asmogel uns einfach komplett die falschen Übermation gegeben hat anscheinend. Sicherheit ist teuer. Ja. Was ist sie denn hier? Was hat der vor? Was knüppelst du denn hier rum? Oh. Ah. Ich habe einen Wolf hier zusammen geritten. Sah aus, als würdest du hier einem Menschen den Kopf abschlagen von weiter weg. In der Nacht. Hätte mich auch nicht verwundert. Hätte mich auch nicht verwundert. Und er hat uns angeboten, er hat uns angeboten, 1K auf 3 bei 4K. Und ich habe gesagt, auf 9K, also das ist ein Stack ist, wohl mit 2K auf 3. Das heißt, ich habe ihn eigentlich ein besseres Angebot für ihn gemacht. War ich sogar nett? Oder nicht? Oder bei 5? Hat er bei 5 gesagt? 1K bei 5. Ah, okay. Dann war ich doch. Dann ist das auch richtig gelaufen. Okay. Äh, so. Räuberwald. Warte mal. Was bin ich da? K19, L19. Was haben die mir denn gesagt? Die haben I21 mir selbst gesagt. Vielleicht hatten die auch recht. Also von sich aus haben die mir I21 gesagt. Ähm. Warte mal. Wie hieß der noch? Der hieß Wodan, ne? Wo wir gerade waren. Wodan. Wodan. P dunno. L19. Äh, 19. In den Wald. Hier ist kein Wald. Hier ist kein Wald. Hier ist der Polizeiwerk schon. Die haben I21 gesagt von sich aus. aus in die Richtung. Ah hier haben wir Wald? Keine Ahnung, ich habe hier noch nie Wald gesehen. Ist das da hinten vielleicht der Wald? die 21, das ist doch die Basis von ich glaube Vlesk oder nicht, Berg das hier vielleicht Hallo, ist jemand zuhause? Drogendealer Oh nein, steck fest Scheiße Was meint ihr? Das ist eigentlich schon sehr verdächtig hier, oder? Kartoffeln für Scrap Pin-Army Rödi, du Wannabe-Räuber Okay, die scheinen auch schon Kontakt mit Rüdiger gehabt zu werden zu haben Hallo, ist hier jemand zuhause? Polizei Da zu sein Die scheinen hier aber auch schon Kontakt mit Rüdiger gehabt zu haben Also kommen wir wohl näher Wo ist das hier? Da ist das hier Räuberwald Hier nur noch eine Basis Da entstehen Schilder Könnten wir denn auch hier fragen? Schauen wir mal weiter rum Wer hier noch so wohnt Da müssen wir aber auch nochmal gucken Also was die da verkaufen Toffeln am Automaten Aber Pillen werden beworben Was sind das für Pillen? Stehen da hinten für Schilder Hat jemand eine Hilfe rufen? Gefahren Verzugt Also ich habe jetzt überlegt Ob wir tatsächlich da Einfach die Treppe weghauen Um mal zu gucken Was bei denen abgeht Später Kommt gerne rein Das klingt verdächtig Weiter nicht Dass hier Minen liegen Wiesowski-Lager Oh mein Gott Bleib weg Hä? Räuberbude Das ist es doch Wir sind I-17 Die haben I-21 gesagt Hallo Ist jemand zu Hause? Oh scheiße Mein Pferd steht in den Dorn Oh kacke Oh kacke Oh nein Keck weh Oh nein Hallo Was machen die hier? Zu Hause anscheinend Wir wissen jetzt aber Wo die wohnen Das heißt Alle haben uns Alle haben uns bisher Die falschen Informationen Darüber gegeben Wo die wohnen Richtig ist Also I-18 Ich muss mal heute noch zur Rede stellen Meinte ich kann auch das Pferd Ohne Damage zu bekommen Oder sterbe ich Ja Ich bin noch nie in Spikes gelaufen Siebzehn Oh Ich hab gedacht Ich bin der hier Siebzehn Scheiße Wieder was falsch notiert Siebzehn Okay Welche Aber ein Pferd kann Damage Das ist ja OP Dorn Räuberbund Baubüro Am 2.55 bis 3 Uhr Gefällt mir Die Baum für sie Achspurige Munnenstraße Beretra B43 Baubeginn jetzt Aber warum denn genau In der Räuberbude Wie passt das denn zusammen Was ist hier oben So dann magst du mich noch einladen Mein Squad Stream Da gehen Nur 4 Streams Ja Da gehen nur 4 Oder Guck 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 mal Ich muss kurz spielen Verhalten Da gehen nur leider 4 Jetzt Aber Party streamt auch Party suchen So, hier war ich noch nie. Und hier gibt es noch mehr Basen, oder war es das? Warum sollte man hier auch hinbauen? Hier ist ja schon fast ein Military Tunnel. Da hinten ist noch eine Straße. Achso, ich reite wieder zur Straße zurück gerade. Können wir hier oben auf den Berg gucken. Gibt es sogar einen Sicherheitsturm bei den beiden stehen? Nicht im Ernst. Unser Turm? Ja, Peatsmeets. Die sind hier, da. Da wissen wir, wo die sind. Mal gucken. Oh. Was ist das hier? K16? Und hier. Wahrscheinlich nicht, oder? Oh. Angenehm. Hier ist aber ein Pferd. Da sind wir zu Hause. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Hallo. Die Polizei ist hier. Die Polizei? Äh, ja. Ja. Gibt es ein Problem? Officer? Dann sehen wir es doch. Hallo, Officer. Guten Tag. Ja, ich bin hier einmal in der Nachbarschaft unterwegs. Und wollte einmal, äh... Willkommen. Was, äh, ja. Was macht ihr denn hier? Wir haben noch keinen Tee. Also können wir da nicht viel anbieten. Hm. Aber ich könnte einen Kürbis anbieten zum Snacken. Ja, der Kürbis bin ich gut ausgestattet. Oder saure Gurken. Wie wichtiger für mich... Schade. Wie wichtiger für mich erstmal, ähm... Ich bin hier einer heißen Sache auf der Spur. Und zwar geht es um... Erzählen Sie. ...einen Rüdiger und einen Lenny. Hatten Sie schon mal Kontakt mit den beiden? Sagt mir Porschal nichts. Dir? Also Rüdiger sagt mir etwas gestern, aber ich weiß nicht mehr, welchem Kontext das war. Rüdiger? Ich bin den Weg gelaufen. Also ich weiß von gar nichts, ehrlich gesagt. Also die beiden, die sollen ja eigentlich in einem gewissen Räuberwald unterwegs sein und anständige Leute bedrohen. Das finde ich ja nicht gut. Wenn ich da Informationen habe, wo kann ich mich melden? Dann können Sie sich bei der Polizeidienststelle melden. Am Telefon. Und Sie können auch einfach bekommen. Telefon. U19. Aber bleiben Sie bitte vom Tor stehen. U19. Ansonsten U19. Bleiben Sie vorm Tor stehen, wenn Sie da sind. Oh, U19. Ansonsten könnte es sein, dass Sie direkt eine Kugel in den Kopf bekommen, weil wir haben gerade mit Terroristen zu tun und wir sind da gerade ein bisschen am Aufpassen, was unsere Basis angeht. Ne, Kugel in den Kopf brauche ich nicht, danke. Nö, brauchen wir nicht. Nö, nö. Also wenn es mal passiert, ist auch eher ein Versehen oder Wechs hat dann mal wieder ein bisschen zu viel getrunken, aber in der Regel passiert da auch nichts bei uns. Ja gut, also passen Sie mal, passen Sie auf jeden Fall mal auf, wenn Sie hier Rüdiger und Lenny begegnen und informieren Sie mich mal, wenn da was passiert. Rüdiger und Lenny, okay. Ja, aber wir können uns auch wehren. Wir sind dann... Piu, piu, piu. Fallen die Jungs irgendwie speziell auf? Haben die irgendwie spezielle Merkmale oder so etwas? Ja, und anscheinend tragen die so Knochenrüstung. Also so wie ihr Hut. Ah. Oh, das heißt, ich dürfte nicht meine Knochenrüstung tragen, weil ich dann auffallen würde oder... Weil, äh, ja, ich hab eigentlich... Lass dich doch nicht von Terroristen beeinflussen. Warte, 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 warte. Das ist mein Jagdoutfit, ich brauch das. Das gehört dazu. Aber ich möchte natürlich nicht als Terrorist dann irgendwie wahrgenommen werden auf die Entfernung, weil man ja nicht sehen kann, wer denn da ist. Also, ja. Die schließen doch nicht einfach so. Ja, also bisher... Bisher hab ich noch nicht gehört, dass die beiden jemanden getötet haben, aber ich wollte der Sache auf jeden Fall auf den Grund gehen, ähm, weil hier schon mehrere berichtet haben, dass sie an einem gewissen Räuberwald, der hier irgendwo in der Nähe sein soll, äh, ausgeraubt wurden. Weiß man noch, wo der ist? Ja, ich hab gerade auf jeden Fall, äh... Ich hab... Ja, das soll hier in der Nähe sein. Direkt im Moment. Ähm... Weil das ist ja... Das betrifft uns ja dann sehr. Ich hab Angst. Wo darf ich nicht hingehen? So der L19, K19, äh, I17, so die Gegend sollten sie auf jeden Fall, sollten sie ein bisschen vorsichtig sein. L19, K19. Ah, okay. Das ist natürlich ein Haupt-Loot-Spot von uns. Aber müssen wir uns mal, äh... Okay, also immer schön Waffen mitnehmen. Ja, genau. Oder sie rufen einfach die Polizei. Ich hab natürlich immer nur Bogen dabei. Also, ja. Ja, ist immer schwer, Polizei zu rufen, wenn man, äh, eine Pistole am Kopf hat, ne? Ja, das passiert schon nicht. Und kein Funkgerät. Haben Sie kein... Haben Sie kein Telefon? Alles klar, Officer. Wir sind zu neu für sowas. Wir sind erst gestern hier angekommen. Wir sind noch am Bauern. Wir haben noch keinen Strom. Okay, okay. Gut, dann entschuldigen Sie bitte die Frage, aber... Haben Sie eigentlich schon Steuern gezahlt? So was, von sowas haben wir noch nie gehört. Ja, aber hören Sie mal. Also, wir müssen ja für Ihre Sicherheit sorgen, ne? Also, wenn jetzt jemand wie Rüdiger oder Lenny rumräumt, äh, rumstreunert oder jemand außer Sehen vielleicht, äh, doch in Ihre Wand sprengt, also... Das kostet uns alles ein bisschen was, ne? Du darfst noch wieder, ne? Mhm. Also, sagen wir mal, 20 Scrap für den Anfang. Warum will uns jedes Mal jemand was verkaufen? Was? Sagen wir mal 20 Scrap für den Anfang und dann haben Sie ja auf jeden Fall schon mal unsere Unterstützung, wenn hier was passiert. Aber ich meine, das klingt wie ein fairer Tarif. Ja, das ist... Das passiert nicht so oft. Mal sind wir da, mal nicht. Aber wenn wir da sind und Sie mit uns kooperieren, dann sind wir auf jeden Fall immer auch für Ihre Sicherheit da. Gut, dann gehe ich mal kurz holen, ne? Also, dann zahlt man immer erst dann, wenn ihr gebraucht werdet oder regelmäßig? Regelmäßig, unregelmäßig. Zwei Medaillen an der selben Seite. Oh, okay. Das ist bei allen dann? Weil ich würde mich schon gerne darauf verlassen, dass wir irgendwie ein festes Datum haben, wann wir dann Steuern zahlen müssen. Ja, das mal... Das sehen wir alles nicht so eng, also, ne? Wenn wir sagen, dass wir auf einen Nenner kommen, dann brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ja, mit 20 können wir leben. Hallo! Das ist kein Ding. Hallo, Dixi! Ich lade dich kurz im Team ein. Ja, yippie. Das ist unser vierter Mann im Bunde. Und wer ist die vierte Person? Wo warst du, es geht? Die vierte Person ist da hinten am Stangerbaum. Der baut gerade da hinten am Hang. Da kommt eine Plantage hin. Wir brauchen auch Essen zum Anbauen und so weiter. Weil hier, komischerweise spawnen hier keine Tiere. Also, ich fände hier nie Tiere in der Nähe. Ich glaube, das ist keine gute Gegend zum Jagen. Also, ich glaube, ich komme hier nicht wirklich auf meine Kosten mit meinem Bogen. Also, als Essensquelle kann ich Ihnen auf jeden Fall auch den Fluss empfehlen. Da findet man immer Kürbis und Mais. Der ist hier direkt in der Nähe. Ja, sicher, Kürbis und Mais. Das wissen wir ja, aber ich meine Tiere. Ja, ich brauche das Jagen. Das gehört einfach zu mir. Ich brauche es. Und ich bin die Bogen. Okay. Ich brauche das Jagen. Dixi, was hast du gemacht? Es ist ein Teil von mir, okay? Ich war in zwei KOS-Jungen. Deswegen, aber ich werde noch schauen. Ich habe ein bisschen gelobet. Deswegen, wenn ich Rüdiger und Lenny sehe, werde ich auch erstmal Abstand halten müssen, weil ich auch keine Raufen habe. Ich habe immer nur einen Bogen dabei. Da, wo ich angekommen bin, waren kurz vor mir, waren welche da. Ah, gut. Also, wenn was ist, sagen Sie Bescheid. Ich halte die Augen offen. Ich habe mich mitgebracht. Fleisch habe ich mitgebracht. Vielen Dank für die Information. Ich gebe es auch den anderen weiter. Ihm da hinten zum Beispiel, dass er auch Bescheid weiß. Sehr gerne sogar. Okay, cool. Danke. Alles klar. Sie wissen, die Polizei ist für Sie da. Zwinker. Auf Wiedersehen. Okay. Die Polizei ist für Sie da. Zwinker? Neue. Denen hat es auch keiner gesagt. So, wer wollen wir denn noch so hier? Hier fängt die Wüste an. Haben wir überhaupt ein Wüstenoutfit? So. So sieht schon hart am Militär aus, ey. So geht gerade noch so durch vielleicht. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Wurde jetzt schon ein Raid-Ziel ausgemacht? Ein Raid-Ziel? Es gibt aktuell kein Raid-Ziel. Also, ich kann ja einmal euch... Majo! Oh, no! Es geht! Was tu denn hier? Ja, ich fliege gerade so ein bisschen rum und gucke, was alle so treiben. Ich scoute hier mal ein bisschen die Basen ab und fordere ein bisschen Schutzgeld ein. Weil so langsam ist unsere Sicherheit da ganz gut ausgebaut. Ja, ich mache mich auch schon so ein bisschen auf den Weg und gucke so ein bisschen, wo ich ein paar Türme hochziehen kann. Also, der Tür mit der Sicherheit. Hm, okay. Ja. Wenn du jemanden zum Sprengen benötigst, sag Bescheid, ne? Ich bin der Mann. Jo, mach ich. Ach so, äh, hast du gerade... Ich muss noch auf jeden Fall ein Auge auf den, äh, auf den Daluberg, äh, halten. Ja, ja. Hast du, hast du gerade Kameratürme vor, oder was? Äh, gleich, ja. Hm, okay. Ja. Also, ein paar würde ich auf jeden Fall hochziehen wollen. Ja, lass... Ich würde vorschlagen, dass wir auch noch versuchen, bei den Peets wieder ein paar hochzuziehen. Ja, ich glaube, die Kameras sind, äh, defekten mittlerweile dann, ne? Also... Ja, die haben das wohl abgerissen. Ich glaube, die haben sie kaputt gemacht. Sollten wir ein paar neu installieren. Ja, würde ich sagen, wird das unser erstes Projekt werden. Ah, sag mal Bescheid, dass ich dir ein bisschen Rückendeckung geben kann, wenn's losgeht. Jo, ich, äh, organisiere erstmal alle Materialien und dann, äh, gebe ich Bescheid. Okay, alles klar. Ich gucke mal weiter in der Gegend erstmal rum hier. Bis später. Jo, viel Erfolg. Schutz, Geld, Steuern, Chat. Das war dasselbe. Was macht diese Person da? Guten Tag. Hallo. Äh, einmal Personenkontrolle. Ausweis, bitte. Polizei ist hier. Ähm. Ja. Einen Ausweis. Wie gebe ich Ihnen denn mal einen Ausweis, wenn ich den... Haben Sie keinen Ausweis dabei? Sie machen mich ganz nervös. Nein, leider nicht. Sie wissen, dass die Auspflicht... Ausflucht... Ich bin waffenlos. Ja, natürlich. Waffenloser also. Wie heißen Sie denn? Äh, Bob. Bob und weiter. Äh, Bob. Einfach nur Bob. Gut, Herr Bob. Wenn Sie das nächste Mal hier sehen und Sie keinen Ausweis dabei haben, dann... heißt es knallharte Isolationshaft. Äh, verstehe. Aber... Vielleicht kommen Sie mir ein bisschen entgegen. Haben Sie 20 Strap dabei? Dann drühe ich vielleicht ein Auge zu. Hm? 20? Ja. Moment. Oh, das waren wir so viel. Gib mir mal den Rest zurück. Oh. Ach, bitteschön. Alles klar, Herr Bob. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Denken Sie an den Ausweis. Hm, danke schön. Geh ich mal wieder zurück Richtung... Und passen Sie auf da vorne, ne? Oh, ich passe auf. Bandit Bob. Also Bandit Bob. Ich habe mir doch alles gegeben. 651 hat er mir gegeben. 631 hat er mir zurückgegeben. Und 20 Strap. So, dann reiten wir mal Richtung... Ähm... Außenstelle. Was ist da? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 20 Strap noch mache. Pferdefutter. 18 genommen. Oh, das ist bad. Oh, hier gibt es auch Kartoffeln. Drei Kartoffeln für 10 Strap? Das ist ein viel besserer Preis als an den anderen Automaten. Der ist ja richtig stark. Drei Kartoffeln für 10 Strap ist wirklich gut. Kartoffeln sind halt auch echt OP-Food. Das ist 513 zurückgegeben. 511 wäre passend. Oh, na gut. Ist er nochmal davon gekommen. So. Wie geht es um unseren Schildern? Hm, unsere Schilder wurden abgerissen, wie es aussieht. Das zweite Mal. Guten Tag. Ist jemand zu Hause? Hallo, hallo. Jemand zu Hause? Ich höre da drin noch jemanden. Na los, kommen Sie raus. Ich habe noch nicht gerade der Steps. Das geht nicht. Unsere Schilder wurden hier entfernt. Da müssen wir was machen. Wieder an der Gas Station. Unfassbar. Bis zum nächsten Mal. Dann. Bis zum nächsten Mal. Hallo, jemand zu Hause? Das ist überhaupt ein Zuhause, das sieht in einer Garage aus. Rust Cap Corporation, das gibt Taxen. So, dann mal weiter in den Osten. Links von uns sollte gleich Dados Basis sein. Ich dauere noch ein Stück. Oh, die ist ja hier. Hier hinter war ich noch gar nicht, glaube ich. Guck mal, was hier so ist. Das ist auch noch eine Kreuzung. G ist gestorben? Hä? G? Wo war der? Wie ist das denn? Wo gibt es denn? Kerak? Ne. Hier sind Kaufstände. Raketenwerfer für 500 Scrap? Das ist aber günstig, oder? Rackar für 139 Metall? Das ist ja richtig günstig. Das Problem an Raketenwerfern ist, ich glaube die Raketenwerfer sind gar nicht so teuer in der Herstellung, aber die Munition, Raketen an sich. Guten Tag. Guten Tag. Ach, Herr Kerak, ich gucke gerade mal Ihre Preise an. Das ist ja alles ganz schön ein Schnappball bei Ihnen. Ja, ich weiß. Sie sind nur die beste Ware zum günstigsten Preis für Sie. Sagen Sie mal, ich hatte noch mal eine Frage. Und zwar haben wir ein paar ziemlich vertrauliche Informationen erhalten, dass Sie mit Dalu letztens unter einem Hut gesteckt haben und hier versucht haben, eine Rebellion bzw. eine Terroristenorganisation zu gründen. Haben Sie dazu was zu sagen? Da kann ich mich nicht dran. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich so was gemacht haben soll. Wenn Sie sich nicht dran erinnern, also Sie haben nicht irgendwelche... Ja, die letzten Tage waren schon sehr anstrengend, wissen Sie, so viele Verkaufsgespräche, so viele Leute, die unterschiedlichste Waren von mir haben wollen, da kann mal so ein Gespräch runter untergehen. Also von Terrorismus oder Terrorismusorganisationen kann ich mich nicht dran erinnern. Also Sie haben nicht ein paar Clowns, irgendwie ein paar Raketenwerfer und Raketen zugesteckt, die uns die beauftragt, auf unsere Basis loszustürmen? Um Gottes Willen, also nein, 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 so was mache ich nicht. Ich bin ja lizenzierter Waffenhändler, das würde sich nicht anbieten. Also alles, was ich hier verkaufe, das kann natürlich jeder kaufen, der die Ressourcen dazu hat und auch den Wunsch hat, sich zu verteidigen. Aber am Ende des Tages würde ich es fast nie gratis verschenken. Aha, okay, okay, okay. Ja, ich vertraue Ihnen da natürlich erstmal, Zwinker, Herr Karak. Aber das hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht hier, die ganze Aktion. Schauen Sie sich einfach mal hier unten meine Bescheinigung an. Die habe ich vom Oberstmilitärst bekommen, also das ist alles schon... Also das wäre ja Quatsch, wenn ich hier im Namen des Militärs, wo Sie ja eigentlich auch unterstellt sind am Ende des Tages, da irgendwie, wie soll ich sagen, für Unrecht und Ordnung sorgen würde. Ja, also ich sehe hier nur einen Zettel Papier, den auch meine Schwester gefälscht haben könnte. Weiß nicht, wie ernst ich das jetzt nehmen kann, Herr Karak, aber im Moment ist alles gut, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber passen Sie bloß auf, weil das Schlimmste, was hier passieren könnte, dass auf einmal hier vielleicht... Ja, also ich will ja nichts sagen, wir sind hier für die Sicherheit zuständig, aber es wäre natürlich eine Schande, wenn ja auf einmal die Wand auf einmal weggesprengt wird von Ihren Verkaufsautomaten. Da würde ich mir ein bisschen Sorgen machen, also Sie sollten vielleicht ein bisschen sich zurückhalten. Also sollte hier die Wand weggesprengt werden, dann hätte ich eher die Befürchtung, dass die halbe Insel weggesprengt wird mit bei so viel Sprengstoff, wie hier mittlerweile vorhanden ist. Also das würde ich mir an Ihrer Stelle lieber Sorgen machen. Ja, also ich mache mir die ganze Zeit Sorgen, also so ist es nicht. Aber, ne, ich wollte nur sagen. Vielleicht würden Sie sich ein bisschen weniger Sorgen machen, wenn Sie das richtige Equipment hätten, wie zum Beispiel sowas hier. Also sowas biete ich jetzt mittlerweile auch an, vielleicht haben Sie da Interesse. Was kostet denn so ein Kollege? So was verkaufen Sie aber nicht für die Automaten, oder? Also einen sehr günstigen Preis machen. Sehr günstigen? Nein, hier sind nur auf spezielle Anfrage. Und dann sowas hier für, wie soll ich sagen, zum Abschrecken von Pferden. Das ist die Spaß, die Spaß bringt, wie ich immer sage. Und was sind so Ihre Preise für die Hardware? Also für die Polizei würde ich natürlich dann einen speziellen Preis machen, also einen günstigeren Preis als für den Pöbel, sage ich mal so. Also ich brauche ja keine Scraps mehr, also ich gebe ja schon Scraps an das Volk zurück, wie Sie hier sehen. Ich habe dort mittlerweile Waren im Angebot. Wenn Sie hier um die Ecke gehen, hier können Sie sozusagen Scraps erwerben gegen Ware. Also von daher, ich benötige eigentlich nur noch Metalle, damit ich halt damit, wie soll ich sagen, meine Werkstatt befestigen kann. Also für 399 High Quality würde ich Ihnen einen geben. Also sagen wir mal, 350 würde ich Ihnen jetzt sofort einen aus meinem Laden hin rausholen und Ihnen hier so einen Bummermann hier. Also die M249 würde ich Ihnen da zur Verfügung stellen. 350 High Quality Metal, also das ist aber schon, das hört sich eher nach einem normalen Preis an für den Pöbel. Ja, der Normalpreis liegt bei 399 und der normale Preis ist gar nicht vorhanden, weil ich den hier nicht aushändige, weil ich Angst habe, dass hier Leute ohne Waffenschein damit rumlaufen würden und dann hier irgendwie, Sie wissen schon. Ja, ja, gefährlich, gefährlich. Und was kostet die Wummer auf dem Rücken? Ja, also das wird noch ein bisschen teurer, würde ich sagen. Also mit einem 16-fach Scope. Damit kann ich einer Fliege die Flügel wegschießen aus 6 Kilometer Entfernung. Ja, ist doch schön, dass ich es kann. Aber was kostet der Kollege? Also da wären wir knapp bei über 600 liegen. 600 High Quality Metal. Sagen Sie mal nicht, finden Sie nicht, dass Sie die Raketen hier ein bisschen günstig anbieten? Also sieht mir schon fast noch verschenkt aus. Die Raketen sind nicht von mir. Ich habe Zulieferer mittlerweile, die für mich produzieren, weil ich nicht mehr alles selbst schaffe hier, weil die Nachfrage so groß ist. Das wird von einem Zulieferer, der hier auch im Norden sitzt, produziert. Und ich verkaufe das quasi einfach mit hier mit dabei. Also verstehe ich das richtig, dass Sie einfach an jeden verkaufen? Egal, ob man eine Lizenz hat oder nicht? Woran die Automaten verkaufen, das kann ich nicht beeinflussen. Ich gehe einfach davon aus, ich glaube an das Gute in den Menschen hier auf dieser Insel. Und ich gehe davon aus, dass jeder hier eine Lizenz besitzt. Das wäre ja sonst strafbar für die Person. Also die AGBs stehen ja hier quasi mit dabei. Wenn Sie hier unten gucken, ganz unten, neben dem Rost, steht hier bei, nur bei Kauf einer gültigen Waffen- und Sprengstofflizenz. Also geben Sie die Verantwortung einfach ab. Ich verstehe, ich verstehe. Na gut, Herr Karak. Ich will mal nicht so sein heute. Ich drück mein Auge zu. Können Sie mir vielleicht noch sagen, wo ich Sie finden? Das ist sehr freundlich. Das ist sehr freundlich. Wo ich Sie finde, wenn wir dann vielleicht mal ein paar Wum von Ihnen kaufen möchten. Eigentlich schwierig immer hier herum. Leider bin ich sehr selten in meiner Werkstatt, weil ich ja nur mal zum Produzieren bin. Das heißt, ich bin da telefonisch nicht so gut erreichbar. Wenn Sie den Helikopter hier stehen sehen, dann wissen Sie eigentlich, dass ich hier in der Nähe bin. Haben Sie einen Telefonanschluss? Ja, theoretisch schon. Aber wie gesagt, ich bin halt sehr, sehr, sehr selten in der Werkstatt. Einen Anliegen habe ich noch. Ich will mich mal Ihre Waffe anschauen. Da fehlt Ihnen aber noch. Haben Sie schon mal über einen Schalldämpfer nachgedacht? Ja, Schalldämpfer, Schmalschmümpfer. Brauche ich gerade nicht. Warten Sie mal kurz hier. Warten Sie mal kurz. Ich will keinen Schalldämpfer. Schalldämpfer sind kacke. Kann er meine AK sehen? Die ist sogar nicht ausgerüstet. Man sieht die nicht. Der geht aufs Haus natürlich. Vielen Dank, vielen Dank. Wird ich mir merken. Sehr gerne, sehr gerne. Einen Anliegen habe ich noch. Und zwar bin ich gerade... Oh, was passiert hier? Bin ich gerade auf der Suche nach einem Herr Rüdiger und Herrn Lenny. Haben Sie die heute schon gesehen? Da habe ich auch ein Anliegen. Nein, ich habe sie heute nicht gesehen. Die haben vor kurzem meinen Helikopter geklaut, damit einen Crash gebaut und den Brennen zurückgelassen. Also wenn Sie die treffen sollten, sagen Sie schöne Grüße von mir und nehmen Sie die bitte fest. Okay, er wird gemacht. Helikopter entnommen und zum Abstürzen gebracht. Okay, das ist notiert. Und sind dann geflüchtet. Ich habe dann ein paar Warnschüsse, circa 100 Warnschüsse in die Luft geschossen und sie sind dann abgehauen. Und also ich konnte gerade eben das noch so abwenden, mein armer Helikopter. Also ich meine, das ist ja ein immenser, immenser wirtschaftlicher Schaden, der da entstehen würde, wenn er bei mir... Also das ist ja die Lieferung, die wegfallen und Logistik und Menschen schaden, wenn ihr hier in so eine Taverne reinstürzt. Also das war wirklich grob fahrlässig. Ich werde mich mal um die Sache kümmern. Herr Kerr, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das ist sehr nett. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Geschäft. Ich sage erst mal auf Wiedersehen und denke Sie dann. Danke, danke, danke. Die Polizei ist für Sie da. Zwinker. Das freut mich sehr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, ich will aber in Sicherheit. Oh Gott, soll es das machen? Ja, alles gut. Erst mal weh und ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach vorne, die Maus. Ganz, ganz leicht. Ja, genau so. Mit Schönen. Ich hoffe, ich überlebe. 1100 Scrap für den Heli bekommen. Was ein Geschäft. Was hast du denn her? Tja, den habe ich anbietig eingekauft. Das ist das richtige Pferd. Guten Tag. Oh, da kommen wir. Der Waffenhändler hat übrigens nach dir gefragt, Dalu. Mein Laden ist geschlossen. Was heißt hier Laden ist geschlossen? Was ist denn überhaupt für ein Laden? Kommen Sie rein, wenn Sie mit mir reden wollen. Meine Detektei. Die Detektei zum Flunkerberg. Detektei zum Flunkerberg. Was ist das denn für ein Saftladen? Das ist die beste Detektei des Landes. Nebenbei bin ich auch noch Fabelwesenjäger. Ich habe den einzigen Wehrwolf der Insel erlegt. Liegt vor Ihnen auf dem Boden. Das ist ja gemeingefährlich aus. Ja, war er auch. War krass. Habe ich mit dem Messer gemacht. Was machen Sie hier so? Spielen Sie jetzt Detektiv, ja? Spielen? Ich habe unendlich viele Fälle. Fälle, also. Ich kann mich gar nicht retten vor Aufträgen. Was bearbeiten Sie denn so? Ich nenne Ihnen ein, also Operation Bärenfalle. Ist ja mittlerweile im zweiten Kapitel angekommen. Ich weiß nicht, ob Sie davon auch schon gehört haben, aber die werden Leute mit Bärenfallen bedroht. Ach, erzählen Sie mal. Erzählen Sie mal. Ich kann ja solche Infos nicht weitergeben hier, oder? Hallo. Wir sind von der Polizei. Nein, wir verstehen uns doch gerade so prächtig, dachte ich. Ich habe Schweigepflicht bezüglich meiner Klienten. Also, ich kann Ihnen ja sagen, dass ich von dem Fall weiß und dass wir auch auf der Suche der Information sind. Vielleicht können wir uns da einfach auch zusammenschauen. Ach. Sie sind doch auf der Suche der Information. Ich kenne den Täter. Ich muss den nur noch überführen. Dann sagen Sie mir mal, wer das ist. Dann kann ich mithelfen. Dann kriege ich aber meine Belohnung nicht. Ja, also sollten wir den Täter gemeinsam mit mir überführen, dann werde ich da auf jeden Fall dafür sorgen, dass die volle Belohnung an Sie geht. Erzählen Sie mir doch erstmal, was Sie wissen. Ich kann Ihnen auch Fotos vom... Ich hätte dann auch als Gegenleistung, habe ich sogar schon Fotos vom Tatort. Fotos vom Tatort? Ja, ich bin ziemlich weit. Kein Problem, immer gerne wieder. Na ja. Also, wenn Sie mir sagen, was Sie haben, dann kann ich vielleicht auch Ihnen ein bisschen entgegenkommen. Aber bleiben Sie mal ganz kurz sitzen. Kein Moment. Entschuldigen Sie, bitte. Ich habe gar nichts. Scheiße, ich bin nur geblüfft. Hey, möchtest du auch zu mir? Ja. Das kann noch ein, zwei Minuten dauern. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ist okay. Ich warte. Perfekt. Entschuldigung. Hier, wie Sie sehen, Herr Honor, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen in der Polizeistation auch so ist, aber hier wollen die Leute wirklich mit einem reden. Ach ja, das ist bei uns nicht anders. Waren Sie überhaupt schon mal bei uns? Äh, nein. Tja, dann können Sie auch nichts darüber wissen, wie es bei uns zur Sache geht. Okay, aber Herr Honor, wie machen wir das jetzt? Was aber, Sie wird ja nicht der Bärenfall hierhin gebracht haben. Nein, nein. Was liegt Ihnen am Herz? Also, eigentlich, ja, bin ich hier auf der Suche nach einem gewissen Herrn Rüdiger und Herrn Lenny, die hier Unwesen treiben sollen. Ah, der Räuberwald. Ja, ja, ich war gerade mal im Räuberwald. Deswegen wollte ich einmal hier vorbeischauen, ob die beiden heute schon aufgetaucht sind. Nee, die beiden habe ich sogar außerhalb ihres Waldes wirklich noch nie gesehen. Die waren noch nie hier in diesem Dorf. Also, solange ich hier bin. Das stimmt nicht. Da kann ich Ihnen vielleicht mal ein paar Informationen geben, dass die gestern, beziehungsweise vorgestern, da vorne steht ja immer der Helikopter von Kerak. Ja, da vorne an der Straßenecke. Ja, 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 ja. Lenny und Rüdiger haben den Helikopter geklaut und sind damit abgestürzt. Sprechen waren die auch schon hier, also. Die haben den Helikopter gekutschert? Mhm, mhm, genau. Dalu! Hinten anstellen! Also, Dalu-Card, ich möchte Ihnen ja auch hier gar nicht... Okay, dass Sie den Helikopter... Okay, das... Ich möchte Ihnen auch gar nicht hier die Zeit stehen. Ich sehe ja, dass Sie hier noch Kundschaft haben. Also, wenn Sie was über Herrn Rüdiger und Herrn Lenny hören, sagen Sie gerne Bescheid. Und wenn Sie mir Informationen zu... Soll ich das denn meine... Soll ich das aufnehmen? Nein, nein, nein. Das bleibt... Ich kann das... Wenn ich das aufnehmen... Das bleibt das mal unter uns. Okay. Das wissen ja... Wir helfen Ihnen, Sie helfen uns. Ja, ich rufe Sie an. Also, das mache ich gerne. Okay, ich zeige Ihnen einmal kurz das Bild. Hier ist der Tatort sogar noch komplett frisch. Die Bärenfallen liegen sogar noch neben der bewusstlosen Person. Das ist wirklich top-exklusives Material, Herr Onner. Von wann ist das? Das ist vom 22.01. Das ist jetzt schon zwei Tage her. War das bei der Talent-Show? Nee, das war ein Tag danach. Den Talent-Show-Fall, den habe ich schon gelöst. Also waren das nicht die selben Täter? Bärenfallen während der Talent-Show. Es könnte ein Trittbrettfahrer sein. Ich glaube, es war nicht die selben. Na gut, na gut. Ich werde die Sache auch weiter im Auge behalten. Falls Sie was hören und Informationen tauschen möchten, sagen Sie jederzeit Bescheid. Sag ich Ihnen natürlich Bescheid. Sehr gerne. Sie wissen ja, die Polizei ist einmal für Sie da. Wenn Sie uns brauchen, Zwinker. Auf Wiedersehen. Gleichfalls. Tschüss. Nächster bitte. Guten Tag. Willst du mir vielleicht mal ein paar Löcher in die Wand sprengen, Chat. Das gefällt mir gar nicht, was hier abgeht. Was geht? Warum hast du eine Pistole direkt draußen? Sieht ein bisschen cooler aus. Ähm. Das gefällt mir gar nicht. Was wolltest du vorhin bei uns? Der Rechter und ich sind relativ gute Freunde und ich hatte für den Bau der Kirche... Ist aber nicht abhörsicher. Ist nicht abhörsicher. Da könnten wir jederzeit auch Informationen rausfischen. Der Daru. War schon sowieso von vorne bis hin. Glaube ich kein Wort. Hat mich jetzt aber schon interessiert, wen er für die Bärenfallen Verdacht hat. Ich suche immer... Ich suche immer Informationen über Täter, die wir nutzen können. So, reiben wir mal in Richtung Polizeistation. Was kostet denn zu T? Hast du gesehen? Er ist gerade gespawnt. Ich würde den direkt machen. Was ist denn? Ja, soll ich direkt mit jetzt? Entschuldigung, ich habe sie verwechselt. Tut mir leid. Ich habe sie verwechselt. Achso. So, sollen wir hier direkt hin? Ja, dann lass hin da. Passen Sie auf, könnte ein Polizeieinsatz sein. Wo ist ein Polizeieinsatz? Dann halten wir uns da natürlich fern. Ja, ja. Überall wo Kisten sind, da sollten Sie ein bisschen aufpassen. Also, wenn Sie die Polizei sehen. Wir schießen nicht zuerst, wissen Sie ja. Also, wir werden jetzt hier zum Frachter gehen. Falls da was geplant sein sollte, bitte nicht schießen. Passen Sie auf sich auf. Hallo. Sieh dich auch. Pst, miet. Ja. Ich glaube, es ist die Polizei. Das war ja. Da haben wir so einen seltener Jeeva den wir gerade gesehen haben. Oh, voller Mond. Immer ganz außen. Das ist ein Maiohada. Ich bin da bei ihm. Das ist unser Außenposten. Packst du das Pferd einfach in der Garage? Ja. Oh Gott, was macht mein Pferd? War hier noch gar nicht. Schick, schick. Kann ja gleich mal eine Rundführung geben, wenn wir kurz unten waren. Hoch mit dir. So, ich muss mich später mal überauthentifizieren. Krass. Hast du immer noch eine Kiste, wo ich was lagern kann? Ich würde nicht ungern jetzt alles mitnehmen. Ah, unten ja. So, machen wir es mal ready für den Einsatz. Ja, unten links sind noch Kisten, die noch unverschlossen sind. Okay, ich bin bereit. Ah, das ist ja schon Ace hier. Oh, mit Maio fliegen. Mal gucken, was da so abgeht. Maio fliegen ist immer ein Risiko. Was soll da jetzt sein? Ist doch gar nichts. Wie macht man Nachtsicht an? Maio, was soll denn da überhaupt sein, wo wir entfliegen jetzt? Keine Ahnung, du hast ja gesagt, dass da was ist. Ne, Chris hat gesagt, dass da was ist. Ich habe selber keine Ahnung, was da sein soll. Ich war gerade vertieft in Sachen für den Turm zu organisieren. Okay, ein Frachtschiff. Wird das aber hart zu zweit, oder? Ja. Wir gucken einfach mal, was da ist. Das ist ein Launch-Side. Krachfahrzeug. Das ist ja gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich komme hier aber schon raus, oder? Was ist denn für eine geile Anlegestelle, wo man nicht mal ins Freie kommt? Das kann ich auch rein, kann ich lenken. Gott, nochmal. Oh Gott. Oh Gott. Da kommen wir nicht drüber, oder? Gott. Yolo. Oh Gott. Da muss ich nicht ins Wasser fallen, Shit. Shit. Muss das auch so kalt sein. Ich kann halt nicht reinspringen, dann bin ich RIP. Hey, Batti. Das ist die letzte Scholle, wir müssen uns nur noch da rüberkriegen. Oh ja, oh ja, ich glaube wir sind frei, steig ein. Oh nein, was mach ich? Nein, komm. Schieb, Patti, schieb. Ja, ja, ja. Sehr gut, wir sind frei, wir sind frei. Wir müssen den Chris noch mitbekommen. Oh, der spurgte sogar noch näher. Hattet ihr erst was zu essen mit zufällig? Ja, wenn ihr den Sprit rausnimmt, sollt ihr einfach nicht passieren, oder? Ja, krieg ich raus, dann geh ich nochmal oben parken. Und du parkst doch die Eisschalle vorne. So, der kommt mit, der geht nur parken. Warten wir noch kurz, oder? Ja. Ja, ja, ja. Alter, ich hab schon den perfekten Plan für den nächsten Vibe, wenn wir da noch wieder spielen. Raus. Wir machen so einen richtigen, wie soll ich sagen, erstmal Farm bauen und dann unterbieten wir immer alles, weißt du? Wir bauen die ganzen Tränke und alles und wir unterbieten immer die Steinhändler, die Wurzhändler, die Stoffhändler. Wir unterbieten einfach jeden Einzelnen. Ja, nicht Bauern. Wir können uns Amazon nennen. Und gut sein. Zum Beispiel, ja. Die bieten alles billiger an als die anderen und dann kommen die Leute immer bei uns kaufen. Dann wollen wir mal. Oh, kommt gerade auf uns zu. Geht als das raus? Mach mal du mal, geh mal als erstes raus. Achso. Dass es raus geht. Ich hab das Boot noch nicht gespielt, was geht denn da ab? Also da sind NPCs und das war's eigentlich. Also das Boot selber sind vier Leitern. Zwei Leitern links und zwei Leitern rechts. Und du musst uns dann an einer der Leitern ranfahren, dann kann man eh drauf drücken. Dann kann man direkt dann hochklittern. Also du fährst dann links oder rechts einfach dran vorbei, dann klittern wir eben fix hoch. Dann fährst du wieder nochmal zurück oder auf die andere Seite, dann lässt du Party raus. Und dann musst du selber raufkommen. Und auf dem Boden selber ist dann nochmal ein Boot dann zum Abhauen. Das lassen wir zurück, genau. Am besten vorher ein bisschen Sprit rausnehmen. Dass du nicht alles dann hier zurücklässt. Und auf dem Boot selber gibt's dann nochmal ein neues Boot. Soll ich fahren und das erste Mal zeig dir vielleicht? Ich leh das jetzt. Vertraut mir, ich bin Profi. Ja, easy. Ich vertraue dir, ich vertraue dir zu 100%. Am besten fährst du erst links vorbei und dann rechts rüber. Und hinterm Boot rechts rum. Und dann kommen die nächsten zwei Leitern. An der Leiter dann und dann musst du auch als Fahrer einfach E drücken. Ja, von uns aus gesehen links. Ja, tue ich dir den Ding, Party. Hab immer Stoff, weiß ich mein. Also das Boot kommt jetzt auf Funktion und dann fährst du einfach links dran vorbei. Und ich steig dann an der Leiter aus. Und du dann als Kletzermann musst dann halt nachher den Benzin rausnehmen und dann auch einfach an der Leiter E drücken. Während ich sitze oder was? Ja genau. Kannst du einfach während du sitzt. Also du musst dich aufschieben oder so. Roger, Roger, Roger. Warte mal gucken, ob da jemand ist vorher. Ja, können wir. Aber du musst links vorbei fahren an dem Boot. Links vorbei am besten. Ja, der kommt von hinten. Ah, so, jetzt komm mal hinzu. Ah, okay. Ja, naja, genau. Du fährst links vorbei und dann fährst du hinten drauf. Ja, kommt der zweite hoch. Ja, hinten rum. Genau. Ich fahr, ich geh jetzt direkt an der, du musst ziemlich close an dem Boot vorbeifahren. Aber nicht zu close, ansonsten flippen wir. Aber schon ist eigentlich schon sehr close. Da vorne ist die erste Leiter. Da muss ich raus. Also, der zweite Leiter. Ist die zweite Leiter. Okay, weiter. Warte, du als nächster. Wir sind von sich oben an. oh nein katastrophe wie komme ich hier an den scheiß ich kann noch hier gerade an kommt blam, blam, blam safe and safe and safe and safe and safe einmal vom tanker überfahren kein problem ich komme gleich oben an alles clear schon wird aber nicht rausgenommen noch ein bisschen rest drin hier ist an bord oh es dreht ja 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 ah ok ok oh mein gott habe ich nicht direkt puls auf 800 ich komme hoch sind wir schon safe? habt ihr gecleart? ja alles weg alles weg kommt auch nichts mehr oder was? das ist ja traurig ja zumindest habe ich es mit dem boot jetzt einmal gemerkt gecheckt jetzt sind halt hier sehr wenig npcs also viel weniger als auf der eurig ein kleines eurig hinterher schieben aber dafür drei kissen zum hacken haben wir karten dabei? ich habe jetzt nur eine green card dabei ja karten stimmt aber ihr könnt mich ja kurz nochmal bei dem boot dann rauslassen und dann kann ich ja nochmal mit dem heli zurückfliegen und karten holen aber es dauert jetzt wahrscheinlich wieder 10 minuten bevor die aufgehende kisten oder? ja 15 minuten ja wahrscheinlich sind wir dann auf der anderen seite der map aber wir könnten trotzdem dann mit dem boot zum heli fahren und dann kann ich ja schnell rüberfliegen und dann sind wir ja schon mit dem boot relativ weit an der eurig dran ja ne können wir ja trotzdem so machen mich grad wie so ein pirat gefühlt im motorboot also theoretisch Mario könnten wir auch jetzt das boot schon mit dem boot die den heli holen wir könnten das schon machen jetzt oder? wir müssten dann halt nur die anderen dann wieder abholen ne? wo war der? oder der dreht hier? kannst du nicht gleich rausspringen an der küste? guck mal wir kommen immer näher das ist doch kann ich theoretisch auch machen ja der steht doch hier direkt der hin ja dann mach ich das einfach gleich mal wie weit fährt der denn ran? nicht dass du ertrinkst das sollte gehen ich glaube jetzt sind wir so nah dran gewesen wie hier geht springen oh Gott wie das gut geht wir sehen wir sehen nicht gesund aus wie das leist warte ich was leistet hier rum da hättest du hier den menschenjährige dämmer raus oder was? was ist das überhaupt? was ist das überhaupt? was ist das überhaupt? hat hier noch oder was ist das? oh ein Telefon ist Chris? ist Chris hier? Chris wo geht's, geht's hier noch irgendwo hoch oder was? gibt's hier ne Brücke oder sowas? Jaja, bei mir oben. Warte ich komm mal runter und hol dich ab. Bin hier glaube ich schon jetzt richtig. Bin schon drinnen im Treppenhaus. Jo, hier kommst du ganz hoch bei mir. Können auch noch überall NPCs sein, wenn man aus dem Boot kommt. Jaja, die sind überall NPCs. Hier ist meistens auch einer. Hier draußen. Dann hier oben noch. Hier oben sind zwei immer. Einmal hier im Eck und einmal im linken im Eck. Und die beschießen dich halt meistens direkt, wenn du anfährst. Schweine. Wie lange müssen wir noch warten auf die Kisten? Äh, elf Minuten, zehn Minuten, sowas. Jaja, da sind wir wahrscheinlich einmal um die Insel rum dann, oder? Ja, gar nicht ganz. Das Boot fährt meistens eben nur 75% ungefähr, so 70-75% und dann geht's raus. Wenn's rausfährt, dann macht das nochmal so ein... Hast du den Sound gehört, wo er die Kiste nochmal gespawnt hat? Wo er so gehoopt hat? Ja, hab ich gehört. Ja, also hier auf dem Schiff können halt drei Kisten spawnen. Die erste, dann hoopt er einmal. Die zweite, dann hoopt er wieder. Die dritte, dann hoopt er nochmal. Dann spawnen immer die Kisten. Und ganz am Ende, wenn er rausfährt, dann macht er so ein richtig, also auch nochmal so eine Art Hupen oder Art Sirene. Und da musst du eigentlich so schnell wie möglich runter, weil dann kriegst du sofort Radiation ab. Ich war letztes Mal in zehn Sekunden auf 100 Radiation. Aber kann's sein, während die Kisten noch am Hacken sind, dass das Schiff einfach sich verpisst und man die Kisten gar nicht mehr bekommt? Nee, 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 nee. Also normalerweise, wenn du beim dritten Mal Hupen schon drauf bist, schaffst du das easy noch. Aber es kann halt sein, wenn du halt jetzt zum Beispiel, wenn das dritte Hupen und die dritte Kiste schon länger gespawnt ist und du grad drauf gehst, kann es sein, dass es eigentlich direkt schon wieder wegfährt. Also kommt halt immer drauf an, wo es gestartet hat. Also meistens, wie gesagt, fährt es nur 75, 70 Prozent um die Insel rum und dann fährt es raus. Na gut, ich will mal kurz pinkeln, wenn wir hier nix zu tun haben. Gleich. Jo. Chat, guck ins Afka, genießt den Ausblick. Es kommt niemand. Gelietspannend Old Marshmache 10 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben uns gut auf Waffe hier, oder? Eine Minute. Was wohl drin ist? Final Countdown. das ist doch es ist eigentlich so eine krasse kombi mit damit einer spaß komplett full und nur slack money ist es nicht eine bessere bolt noch nie mit slack geschossen ehrlich gesagt darf ich dir mal ein headshot geben schnell weg hier wo ist ihr ausgang oh gott ich wollte an ihn noch nicht springt es hätte auch sauge gehen können warte mal mit zwei boote ja klar also ich fahre nur zu meinen helikopter also von daher am besten dann fahrt ihr zusammen noch die kleine eurig machen aber wir haben kein inventarplatz mehr oder ich habe nicht mehr so viel munition ich glaube nicht dass ich das schaffen würde stimmen moni ist auch was brauchst du denn für munich 556 kann ich dir gar nicht geben ich habe genug nur eine kleine machen ins boot kann man auch laden oder nicht haben wir hier nicht irgendwo eine kiste ich habe die lehrgemacht party so habe ich auch noch hier ein bisschen platz in dem boot okay okay dann los okay dann los und und zu small und 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 ich glaube und Geisterschiff. Verspreche, dass ich diesmal vorher ein bisschen halten werde und wir erstmal vom Boot aus. Wobei bei dem Nebel... Du kannst eigentlich direkt drauf fahren, aber das Ding ist, ich bin halt weiter gefahren, weißt du? Du bist ausgestimmt und ich bin nach Uganda gefahren. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja, alles gut, alles gut. Ein Echolot ist kaputt. Und dann kommt mich an und gefühlt 20 Bots schießen auf mich. Die waren auch irgendwie mega aggressiv unterwegs, aggressiver als sonst. Übel, übel, übel. Alter, was für dichter Nebel hier. Also, war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall... Bisher fast gut gegangen. Wir haben eigentlich nur einen Toten bisher gehabt. Das ist hier gerade vor uns, der Chris. Warum hört man Putty nicht? Putty ist auf einem anderen Boot. Über Mario. Jetzt hab ich einen Ohrbom von Final Countdown, ey. So, da werden wir hier einen Seeturm machen. Bedanke mich nochmal bei den Zapps hier reinkommen sind, wa? Eine Dose Bier mit Tier 2, für 15 Monate gesappt. Tim Tam Bim, mein neuer Gesappt. Willkommen. Dark Relic mit Tier 2, für 26 Monate. Canis für 11, schreiben Moin. Moin. Und Short Tech für 8 Monate. Wollte ich mal den Panther machen? Was ist denn der Panther? Was ist denn der Panther? Äh, Panzer wollte ich schreiben, hab mich verschrieben. Hm, okay. Muss ich, äh, bremst das Boot von alleine, wenn nicht? Oder wie läuft das? Äh, du musst einmal kurz stehen bleiben, sozusagen. Ja. Also du musst einmal ganz kurz stehen bleiben, dann kannst du den Motor anlassen. Aber ansonsten machst du einfach den Motor aus. Ich soll direkt drauf fahren, ja? Ja, genau, unten an die Plattform ran. Und dann einmal kurz stehen bleiben und dann kannst du raus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Man soll den Motor ausmachen. Man muss den Motor ausmachen. Oh Gott. 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 Keck weh. Ruf hier hin. Ruf hier hin. Schuss habe ich noch zwei. Oh Gott. Ich glaube ich bin tot. Nein. Wie bist du da? Hier bin ich. Ich hab dich. Wurde getrippel peaked. Fuck. Fuck. Das ist mein Acker. Ja, ja, ja. Triple peak. Okay. Ey, warte zum Penner direkt am Anfang. Wow, was war denn mit dem los? Lurie kam da raus gesprintet. Der kam da erstmal mit dem B-Tag um die Ecke und schießt mir direkt ins Gesicht. Geil. Ja, ich tag dann jetzt, okay? Tag mal rein da. Lass runter. Lass runter, lass runter, lass runter. Normalerweise explodiert eh. Ich geh wieder auf den Kran. Ich dachte, der stürzt eh ab von der hier. Ich dachte, er ist verpackt. Ja, das sollte auch reinlösen. Ja, das sollte auch reinlösen. Bin ich. Ich geh mal gut an. Ähm. Hahaha. Oh mein Gott. Heli down, heli down. Da unten sind sie leise zum Looten, ne? Helpt unser Boot noch? Ich geh unter, oder? Ich weiß nicht, welche hier meine Jacke ist. Shit. Oh Gott, ich kann ja nicht essen. Oh Gott, hier ist ja noch alles voll. Hä? Guck mal, der eine. Seht ihr das auch? Guck mal zur Eurig. Der Rubberband ist da oben, oder nicht? Oh! Mein Boot ist kaputt. Kaputt? Das hat mein Boot zerfetzt. Aber das ist hier oben, Leute. Das ist ja hier oben. Hahahaha. Oh, na guck mal. Hier ist das Boot. Hahahaha. Oh, ne. Der, irgendwie kann es nicht pushen. Das geht nicht. Oh. Alter, was ist das denn für ein Kollege? Das muss hinten ein bisschen rum. Alter, was habe ich denn für eine Shotgun gefunden? So eine doppelläufige Mega-Raketenwerfer-Shotgun. Was ist das denn? Ist ja immer viel zu groß. Was? Meinst du die hier? Ja. Was hat die für große Läufe? Hahaha. Hat da noch wer was zu essen? Ne. Hier liegt noch Munition in den Kollegen. Wenn der noch Slots hat. Und dem hier. Also ich sind dir eher dazu zu sagen, der Hände hier ist nicht verbar. Ja. Ja, der crasht immer oben in den Kran rein. Kratze. Ja. Rund hier, rund rein, Chat. Ne, eine Spritze ist nicht so viel weg, ne? Da ist aber noch eine Spritze. Patti! Ich glaube, ich fahr dann schon mal zurück. Patti, weg auf! Welche ist meine Jacke? Okay, 50-50. Da ist die weg. Ich schaff das nicht hin, dann fahr ich jetzt schon mal. Dann fahr ich jetzt schon mal zum Heli. Was kommt denn hier runter? Was war das? Habt ihr noch Inventarslots? Bevor ihr jetzt abhaut? Weil oben ist ja noch die Kiste. Äh, ich bin voll. Ich hab, ich hab, ich hab noch ein bisschen Platz. Hier ist auch noch Platz. Warte, tu mal hier Sachen rein. Warte, hast du noch was rein? Dann kann ich dir was mitgeben. Machen wir keine wichtigen Sachen rein, weil wir nehmen das nicht mit. Hast du noch Slots, Patti? Warte, hast du noch Slots? Hast du noch Slots? Wie viele? Okay, passt. Guckt doch mal, ob ihr vielleicht stacken könnt. Ja wunderbar. Wer hat denn das ganze Scrap jetzt mit? Ich hab noch 29. Äh, ich nicht. Guckt mal, Patti, in dem großen Boot kannst du stacken. Geh mal ins große Boot, da kannst du alles stacken. Da sind super viele Sachen drin. Sehr schön. Und dann müssen wir wieder 10 Minuten warten. Das ist schlecht. Spielen wir ein Spiel? Du musst den Dingern ausweichen, die von oben kommen, okay? Okay. Oh, waaah! Waren die Damage? Ja, die machen Damage. Die machen Damage. Welcher, was ist denn da? Die machen Damage. Das ist diese blaue Shotgun-Munition. Was meinst du? Überlebst du einen Schuss in der Runde? Das ist einmal rot, einmal grün und die blaue. Ich würd mal zu Nein tendieren. Juhuuu. Mal testen. Ich weiß nicht, ob... Also wenn du den ganzen Loot mit nach Hause bringen kannst, dann kannst du es gerne testen. Aber ich kann dich doch wieder aufheben, oder? Wenn ich sie umschieße? Ich weiß es nicht. Na gut, dann lass ich es glaube ich lieber. Weil ich hab nicht mehr so viel Platz. Ja. Ja. Acht Minuten. Hast du so eine Fuse? Äh. Ne, leider nein. Ach stimmt, hier ist ja auch noch ein Raum. Ne, hab ich es nicht. Ich hab noch nichts gelernt. Munition? Ich hab eine Handmade Shell geladen. Meint ihr, die überlebt der? Manchmal geht der einfach auf ohne Sicherung an der Tür. Echt? Geht aber nicht. Ey Chris. Da waren wir gleich noch Large, Ulrich. Hast? Guck mal, Chris. Ich hab einfach aufgemacht. Lol. What the fuck? Lol. Geht einfach auf. Ging einfach auf. Ohne Fuse. Willst du nochmal Large gehen gleich? Aber wir haben noch gar keinen Platz mehr. Wir haben gar keine Karte mehr. Ich hab auch keine Munition mehr. Hast du eine grüne Karte dabei? Ne, aber vielleicht kann Mayo uns noch was bringen. Ne, warte, hier unten ist nämlich noch grüner Kartenraum. Warte, ich guck mal, ob wir eine grüne Karte haben. Habe ich nicht noch ein Brot? Ich bin mal ganz kurz auf K. Oh ja, guck mal, da ist noch eine Ecke von einer Stulle. Ou ja, ou ja, ou ja, ou ja. Manger. Hmm. Hmm. Mm-hmm. From the chair. Okay. Oh, das schaffe ich gar nicht, oder? Ja, wir können keine Runde mehr machen. Warum nicht? Ich muss nach den Pflanzen gucken. Ja, ich sehe auch gerade, ich stream eigentlich auch nur noch bis 20 Uhr, da schaffen wir auch gar keine Runde mehr. Dann sacken wir hier noch einen und dann ab nach Hause. Wenn wir diese Frequenz bekommen übrigens und irgendwo eingeben, dann können wir immer sehen, wenn hier jemand hackt. Aber das sieht man nicht sowieso, wenn jemand hackt? Chat-Meldung? Nein, nein, das siehst du nicht. Das haben sie ja ausgemacht. So. Ich weiß gar nicht, was Matteo heute machen will. Matteo auch was? Rimmwald? Ne, ich glaube nicht, oder? Russ ist auf jeden Fall ein ziemlich chilliges Game. Ist recht, wenn man so viele Leute hat, die auch RP machen. Man kann farmen, man kann fighten, man kann Bots fighten, man kann Spieler fighten, man kann Rollplay machen. Hier, mein Ausweis. Man kann Rollplay machen. Chris also. Warte, ich gebe dir auch einen Ausweis. Das ist Ausweis Officer Honor. Auf deinem steht Officer Lappen. Oha. Daniel ist gestorben. Das war aber nicht meiner, das war deine. Ah, okay, war eine Verwechslung. Es ist ja ein Soft-RP-Server. Aber jetzt bin ich voll. Wie viel RP hast du? 90. Und du? Ich verarze dich. Jetzt müsstest du 100 haben, oder? Ja. Hast du mich bandagiert? Habt du dich bandagiert, ja. Kann doch eine Spritze reinjagen. Pass auf. Ey. Wie viel RP? Ich blute. 65. Wie viel Blutung hast? Warte, ich schlaube die Blutung. Und jetzt eine Spritze. In deinen Bopus. Alter, das geht ja alles. Nice. Geht's dir wieder gut? Ja. Wieder heile. Mich wird jetzt schon ein bisschen Lüffi schaden dieser. Aber ich weiß nicht, ob ich's riskieren möchte. Wir können das gar nicht mal zuhause. Ich bin halt voll, ich bin absolut voll. Wir können das alles haben. Ich hab keinen Platz. Nur noch Platz für den... Hör auf! Wenn der Luffy da haut, die Kiste ist auf. Scheiße. Tommy Gun. Der war ja richtig Scheiß. Nur eine Tommy Gun. Und sich überhaupt nicht. Okay, let's go. Let's go back. Ich hab schon gedacht, ich lande auf Chris, ey. Wo willst du denn rausgelassen werden? Ja. Ich weiß nicht. Wo wollen wir denn am besten rausgehen? Was ist denn am besten? Hast du nicht noch ein Pferd? Nee. Ich bin zu Fuß gekommen. Ich bin mir hier einfach ran. In der Bucht. Also in der Theorie können wir komplett nach Fisch hin gehen. Fahr in die Bucht rein. Mit der Bucht. Hier. Hier. Okay. Guck mal, wenn wir hier so rund. Haben wir noch Loot in der Kiste? Ja, alles voll. Scheiße. Kann man gleich nochmal aussortieren. Da gibt's ja nichts auszuziehen. Ist alles gut. Ist alles gut? Ich hab noch ein bisschen Crap auf jeden Fall. Ich kann noch ein paar Sachen da lassen. Und wer? Ist halt in der Nähe von unserem Außenposten hier. Könnt man auch einmal tragen, aber ungern. Guck mal, hier ist jemand. Hey, komm mal her. Komm mal her. Komm mal. Komm mal her. Los. Hau dich. Wer ist denn hier? Bei euch Scheißkopf. Soll ich mich noch irgendwas trauen? Ey, Asta. Oh nein, wirklich. Ja, was? Du bist ja unser bester Freund, hab ich gehört. Hier, wir machen dir mal. Wir bringen... Wisst ihr, was meine besten Freunde machen? Meine besten Freunde stecken mich gestern wieder in ihren Kack aus und poschen in die Zellen. Meine besten Freunde machen mir einen Schlafsack in den Zellen. mit dem Namen Asta Haus, dann lege ich mich da rein und wundere mich, warum ich in den Zellen zum zweiten Mal bin. Ihr bringt mich auf dem Hochsicherheitstraktor irgendwo auf einem Eisberg, auf Solarpanels. Ich versuch's zu entkommen und werde von irgendwelchen automatischen Geschützen zerschossen. Das machen meine besten Freunde. Ey, war doch nur ein Spaß unter Freunden. Jetzt bin ich fertig. Wir haben ein bisschen was für dich. Spaß unter Freunden? Wir haben ein bisschen was für dich. Warte mal. Hier, Chris. Hier. Asta beschenkt mir heute mal. Was haben wir denn noch so übrig? Okay. Alter. Hier, eine Jacke. Meine Motorsäge hat's bestimmt auch gebrauchen. Hast du das gerade einem Obdachlosen geklaut oder so? Wie kommst du davor? Ey, cool. Wir haben hier die Eurigs gemacht. Und wir haben nicht genügend Platz im Inventar. Ah, und jetzt bin ich... Ah, jetzt... Oh, was? Kannst gerne unseren Müll haben. Was haben wir denn noch? Eieiei, ist hier noch viel Zeug. Ja. So was hatte ich noch nie. Danke, Jungs. Vielen Dank. Was ist denn das hier? Hast du jetzt noch Platz, Chris? Wir haben noch ein paar gute Sachen. Ja, auch noch. Ja, auch noch ein paar Rockets und AK. Ey, jetzt wollen wir das nicht übertreiben, ja? Ach, also wirklich. Wir tragen dir den kleinen Fingern und du nimmst direkt die ganze Hand, oder was? Ja, darf man ja auch nicht, ne? Ist ja schon eine schöne Waffe, die ich hier gerade in der Hand habe, oder? Ist ja schon sehr schön, ja? Ist echt schön. Ja. Was ist das? Komm mal her. Komm mal hier ans Boot. Tut bestimmt weh, oder? Ja, klar. Komm mal hier in der Kiste. Du kannst alles haben, was noch da ist. Alter. Auch das Telefon? Du kannst auch ein Telefon haben, ja. Und weißt du was? Wenn wir einen richtig guten Tag haben, Asta, schenken wir dir. Genau dir. Ja? Auch noch dieses Boot. Was hältst du davon? Wie? Also, natürlich. Klar. Habe ich voll Lust drauf. Ich meine, in der Wüste, da fährt sich bestimmt mit so einem Tag richtig gut. Da, wo ich wohne. Ja, eben. Nice, Jungs. By the way, packe ich euch ja mal ein Bild rein. Ne? Äh, ist auch heute gemacht worden, vor dem Polizei-HQ. Eure netten Kollegen haben mal wieder auf mich geschossen. Lass das mal ein bisschen wirken. Und dann haben die Foto von mir gemacht. Aber wisst ihr was? Wahrscheinlich seid ihr die nettere Hälfte. Cool. Jungs. Ja, wie gesagt. Späßchen unter Freunden. Passiert einmal, ne? Ja, Späßchen unter Freunden. Ja, na klar. Asta, wir sind mal los. War ja auch eine richtig lustige Aktion, Jungs. Ja, ja. Werde ich wahrscheinlich heute mit einem Lächeln im Gesicht einschlafen. So witzig war das. Ach komm. Hast du das ganze Zeug jetzt? Ja. So. Schönen Abend, Jungs. Gut. Ja, ja. Euch auch. Lasst euch nicht erschießen. Du auch. Guck mal, da haben wir noch einen gut fürs Karma gemacht hier. Besser kann es noch nicht laufen. Das Bild ist ja super, ey. Das Bild ist ja super, ey. Das Bild ist ja super, ey. Das Bild ist ja klar. Wie geil ist das denn? Wahrscheinlich rennt auch Asta genau hier mit dem Pferd rum, mit mir anlegen. Unwahrscheinlich ist das denn? Hey Chris, wir haben noch den Außenposten. Wir haben noch den Außenposten. Da können wir unser Zeug hinbringen erst mal. Der ist doch hier in der Gas Station direkt. Ja. Oder willst du direkt zurück? Ja, ja, okay. Ich muss aber schnell nach Hause. Ich muss schnell nach Hause, meine Pflanzen. Ah, die Pflanzen. Kommen wir hier überhaupt hoch? Probieren wir mal. Ich würde es mal sagen, ja. Ich würde es mal sagen, ja. Das Bild ist wirklich das Highlight heute. Was bin ich hörend? Maio nimmt überhaupt mehr hin. hallo hallo ja ich bin erstmal zum außenposten doch noch mal ein pferd außen ist da noch mein c4 wo war genau der außenposten? wir haben es ein bisschen vergessen ich glaube hier hier wohnen bestimmt die hippies oder? wer wohnt denn hier so? kaputt war? ich hab schon mal gehört den namen ah ja stimmt guten abend ähm Chiara kommt um 20 Uhr hallo Chiara ok hey was ist hier? was ist hier? noch ein paar Häuser guten tag guten abend ha hallo ich hab leider das probleme mein pferd in meinen stall zu kriegen haben sie wieder gesoffen? ne überhaupt nicht bin nüchtern das soll ich ihm glauben ich bin gegen übermäßigen alkoholkonsum haben sie denn einen ausweis dabei? haben wir personenkontrolle? ja einen moment aha der doomdesign also ja 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 richtig ich glaub immer nur durch die gegend wer wohnt denn hier so? ist das hier hier zu hause? ja das äh das ist unser zu hause wer ist denn unser? lieber ich wohne hier mit äh meinen kollegen und kolleginnen zusammen ja wer denn genau? äh äh Frau Bell Herr Kruppmeister Herr Floh Herr Luke Herr Bornheimer Frau Bell die hat ja letztes Mal bei uns angerufen die hat sich hier über eine Kamera beschwert für eine Kamera ja ja da hab ich irgendwas mitbekommen aber so genau weiß ich das auch nicht wissen sie auch nicht so genau und der doomdesigner Herr Wartelmeister kann ich Ihnen noch irgendwie helfen? das einzige was jetzt eigentlich noch offen bleibt ist die Frage ob sie schon steuern gezahlt haben was meinen sie mit steuern? das ist mir jetzt neu naja also wir sind hier die Polizei wir sorgen für Sicherheit und das kostet natürlich alles ein bisschen verstehen was ich meine das könnte ja theoretisch passieren da müssen sie ja da müssen sie ja vom Land bezahlt werden vom Land sie wissen schon das könnte ja theoretisch passieren ja von der Regierung und so also was was würden sie machen wenn jetzt auf einmal jemand hier einfach ein Loch in ihrem Haus springt und die Polizei nicht genügend Geld hat um sie hier für Sicherheit zu sorgen naja das Ding ist das ist das wäre nichts Neues für mich weil der schöne Helikopter vor dem sie uns ja theoretisch beschützen sollten hat er schon einige Male gemacht also so richtig klappen tut das mit dem Schutz ja nicht ne ja weil der Helikopter unser Telefon weg sprengt ja weil der Helikopter unser Telefon weg sprengt also der Doomedesign ich will ja nichts sagen muss man jedes mal wieder neu mühselig kaufen ja bitte also sagen wir mal 20 Scrap und wir sorgen hier für Sicherheit und wenn ich dieses 20 Scrap jetzt nicht zahlen würde dann weiß ich auch nicht dann würde ich vielleicht nicht davon ausgehen dass wir ihnen zur Hilfe kommen wenn hier zufällig mal demnächst ein Wandloch in ihre Wand gesprengt wurde aha Herr Wachtmeister dann verbleiben wir immer so ich informiere mich nochmal beim Bürgeramt über meine Rechte und äh falls dann mir bestätigt werden sollte dass ich hier Steuern zahlen muss dann komme ich auf sie zurück aber bis dahin möchte ich mir erstmal vorenthalten äh sie jetzt hier nicht zu bezahlen nachts auf offener Straße gut das verstehe ich natürlich aber dann passen sie auf sich auf wir kommen nicht zu Hilfe wenn hier was passiert solange sie nicht bereit Steuern zu zahlen Herr Dummesang ja ich äh werd mir das merken merken sie das und sie wissen ja die Polizei ist für sie da wenn sie uns brauchen Zwinker ja ich wünsche einen schönen Abend Zwinker zurück schönen Abend mal weiter das ist aus wie sie das merken das ist das Haus auch schon wo Belle angerufen hat wo wir eine Kamera drauf gerichtet haben sehr verdächtig das Ganze sehr verdächtig das hier haben wir noch Weihnachten oder was ja hallo ist jemand zu Hause hallo wir wurden hier Weihnachtslichter gemeldet obwohl Weihnachten schon vorbei ist hallo da zu sein ich muss das merken ich muss das merken ich muss das merken was ist da los Elektromeister ok Boosentown Bauen und Füßen Jay bist du das? ne ich dachte das wäre mit Mütze Moin nein hier ist die Polizei ach Frau Mia Maus richtig ich hab Sekunde so jetzt bin ich da Entschuldigung ich war ein bisschen abgelenkt ist das ihr Laden hier? ne das ist nicht mein Laden ich mache hier nur die Schilder also nicht die Hässlichen ich wurde erstmal nur für eins bezahlt wollen sie mal gucken? klar hier das war ich glaub mir mir vertrau dir nicht wir schießen dir ins Gesicht hey 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 wir schießen hier niemanden ins Gesicht zwinker aha das ist also von ihnen was sind die Preise bei ihnen das kommt auf den Aufwand drauf an und wie viele es werden also der Preis liegt bei großen Schildern zwischen 100 und 500 Scraps 100 und 500 Scraps was wurde denn für dieses Schild hier explizit bezahlt? das waren 450 Scraps hier wow ein Meisterwerk von Mia Maus Dankeschön das ist sehr nett da musst du auch ein bisschen wieder lernen Teebeutel malten wir ja auch nicht so häufig ne? ja sicher sagen sie mal wo kann ich sie denn finden wenn ich auch mal eins ihrer Schilder benötige? äh wenn man hier der Straße folgt kommt man zu meiner Garage da kommt dann auch noch also da hängt ein Schild da steht immer dran wo ich gerade bin damit man mich finden kann es ist relativ weit runter ich schau mal kurz auf die Karte ich hab's nicht so mit der Orientierung es ist etwa bei AG 15 da steht meine Garage da steht auch Mia Mobil drauf weil mein süßes Auto da drin steht und weiter oben auf dem Hügel ist mein Haus ich habe auch ein Telefon aber da ich meistens unterwegs bin zu malen ist das mit dem Telefon ein bisschen schwierig man kann mir aber Briefe einwerfen mhm 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 Briefe gehen auch sehr schön von mir aus ich bedanke mich dann ich hab noch ein paar Aufträge also wenn wenn sie was haben wollen sollten sie sich vielleicht ein bisschen beeilen und dann schon mal vorreservieren weil der Anrang ist echt groß also ich hab echt gut zu tun und wenn sie dann nicht so bald kommen dann könnte das sein dass sie da so ein paar Wochen warten müssen und haben sie dann eigentlich auch eine Lizenz zum Schildaufhängen? ja die habe ich auch vom Bürgermeister aber für die Schilder hier brauche ich ja keine Lizenz das müssen ja die Leute selber machen ich bin ja nur der Maler Hallo Entschuldigung guten Tag ähm wo finde ich denn hier was zu essen? ich bin etwas irritiert gerade sind sie gerade nackt? wieso? äh ja das wundert mich auch sehr ja ich hab leider meine ich hab leider meinen Haar von gut verloren als ich getötet wurde auf der Ölinsel Ölinsel auf der Ölinsel auf der Ölinsel? das ist ein bisschen komisch normalerweise habe ich so ein Implantat im Auge und sehe Schlüppis nur bei ihnen nicht sind sie eine Hexe? die Bursch sehe ich sagen sie mal von mir mal ich kann ja gar nicht hingucken das ist ich hab noch eine Sache bevor ich mich jetzt hier verpiesel ja der sogenannte Herr Bürgermeister können sie mir etwas über den erzählen? äh hier da ist etwas zu essen können sie sich nehmen aber bitte ziehen sie sich auch was an zum Bürgermeister kann ich ihnen was erzählen vielen Dank ist sie weg? also der Bürgermeister soweit ich weiß gibt es eine Mall etwas weiter unten die Straße runter und äh da hat er sein Büro aber die ist noch im Bau ich hab mit dem Bürgermeister telefonisch kontaktiert und er hat mir die Lizenz ausgestellt ja ist ein bisschen also müssen sie ein Stückchen fahren reiten gehen wie auch immer ist es in der Wüste ja da gibt es die Bulettenfettmall ich mach mal das Licht aus und äh da hat er jetzt sein neues Büro bei der Bulettenfettmall ja das ist ja noch hinter dem Aufbau beziehungsweise die ist noch zu da muss ich mal ganz kurz gucken auf die Karte da ist die Tankstelle das müsste hinter dem Outfluss sein ich glaube das ist kennen sie dahin ist ja noch eine Bar die Raststätte oder sowas zur Rast kenn äh äh da gegenüber müsste das sein das kann man eigentlich nicht übersehen das ist relativ groß steht auch vorne dick dran da wohnt also vielleicht sollen sie da mal fragen ob die die Lizenz für die Schilde haben da hat er sein Büro da hat er sein Büro wo der genau wohnt weiß ich nicht habe ja mit dem persönlich nichts zu tun habe ja nur die Lizenz gekriegt für meine Garage die können sie mir diese Lizenz mal zeigen die habe ich jetzt gerade nicht dabei aber ich bin auch nicht zu Hause die ist an dem Schild angebracht bei mir zu Hause und wie gesagt hier für die muss ich ja keine Lizenz haben das sind ja nicht meine Schilder ich mal ja nur ich bin ja nur hier der Pinsel mhm mhm verstehe Schwinger ich werde der Sache mal auf den Grund gehen ich bedanke mich für die Information und wünsche erstmal einen schönen Abend gerne dann denken sie daran Freund und Helfer ich bin Zeit für sie da wenn sie uns brauchen Schwinger ja wie ist denn das kann ich sie noch was fragen natürlich ich habe die letzten Tage diverse Male versucht sich telefonisch zu erreichen es ist nie jemand da ich finde es ein bisschen nachlässig leider vielleicht könnten sie das mal an den Kommissar weitergeben ich weiß nicht genau wer bei ihnen der Kommissar ist aber ich bin ein bisschen enttäuscht weil es sind schon einige Sachen passiert da wäre die Polizei echt wichtig gewesen und ich habe sie einfach nicht erreicht haben sie den Polizeisteuer bezahlt ja natürlich die wird doch automatisch abgebucht nein 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 ich tue die immer in meinen Briefkasten und dann ist sie weg die müssen sie uns schon vorbeibringen wurde gesagt ich mache die in meinen Briefkasten dann wird die abgeholt wer hat ihnen das denn gesagt das war Polizist Wechs der Kommissar Wechs war das der das gesagt na also Wechs ist ja kein richtiger Polizist außer Nüster viel trinkt er sehr viel also dem würde ich keinem Wort glauben ja das kann ich ja nicht also der hat ja eine Uniform an dann gehe ich ja davon aus dass das ein echter Polizist ist also sollten sie vielleicht mal mit dem würdchen reden dass der sich hier nicht hier eine Amtseinmaßung und so das ist schon schwierig hier als Bürger weil wie soll ich das denn durchschauen wenn der mir sagt mach das so und so ich tu ihnen meinen Gefallen also sagen wir sie geben mir einfach 20 Scrap und ihre Steuern sind begleitet und das nächste Mal wenn sie anrufen dann sorgen wir uns um sie das ist jetzt schlecht weil ich leider gerade nur die Farben dabei haben und die Pinsel weil ich brauche ja nichts zu essen und ein bisschen Fisch habe ich dabei ich könnte ihnen Fisch geben der ist aber schon kalt den habe ich halt heute Morgen gemacht und mitgenommen und aber was anderes kann ich ihnen jetzt leider nicht anbieten weil Pinsel und Farbe brauche ich auch leider noch na gut ein Fisch wird es auch tun ja dann sollten sie aber bald essen weil der dann naja Fisch hält sich ja nicht so lange ne mhm ein vorzüglicher Fisch also rufen sie das nächste Mal an und wir gehen ran sehr gut das würde mich freuen auf Wiedersehen auf Wiedersehen ja das ist wenn du ja wenn du mit dem einer schreibst hey ja hallo Herr Polizei Hanna gibt es hier ein Verbrechen willkommen zu meiner Kirche ja hier Vandalismus ja schrecklich das schwarze unten drunter das ist nicht meine Schrift wie sie sehen können und Herr Sherlock hat von Flunkenberg ist hier her rüber gerast Flunkenberg bitte Entschuldigung das sieht aus als wäre das von ihren Fans ich ermittele gerade ja das sieht so aus aber ich ermittele gerade es könnte auch ein Hater sein der mich jetzt hier in die Scheiße reiten will ach das würde doch niemand tun wir sind ja friedlich hier gibt die Ermittler ich kann mir schon vorstellen dass das vielleicht der Nachrichtensender war die haben was gegen mich sollten sie dann gegen sie haben ich dachte sie wären so beliebt die wollten mir ja die haben mir heute einen Knebelvertrag aufgesetzt warum das denn wir hatten einen Deal und wir haben den Auftrag gelöst und dann kam der Nachrichtensender mit einem Vertrag 18 Seiten lang die wollten dich nicht unterschreiben hm das verstehe ich natürlich Herr Ardut meine Damen ich wünsche Ihnen einen schönen Abend ist leider los ja Ihnen auch Herr Ardut wiedersehen dann ist es gut Hodor wiedersehen ja moin ich hoffe die Polizei da helfen kann irgendwo hier ist unser Outbus ist er noch weiter weg ist er noch weiter weg achso der muss da da ist er nur ganz schönes Stück nein die haben hier auch unser Schild abgenommen oh mein Gott überall wollen unsere Schilder abgenommen und äh und äh 75 Scrap wow ah so viel habe ich nicht da muss ich wohl noch ein bisschen Geld ansammeln danke aber für die Info kein Problem ich kann dir ich kann dir ein bisschen noch die andere hier ok also hier scheint nicht mal so viel Sicherheit zu sein da müssen wir auch nicht mal was gegen tun guten Tag guten Tag no no was keck lachs parkour speedrun challenge interessant 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 fällt mir die Idee ok 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 so ich laufe jetzt eigentlich im Endeffekt nur noch zum Outbus zurück und das war heute erstmal Feierabend Chat ja macht cleaning die nicht ich bin 密 und das nicht ich ich auch ich ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Rächer, da schicken wir den dann zum Rächer, da wird dann vom Rächer gerecht Und bei Gefängnis muss er auch das Gefängnisrad drehen, für wie lange er dann im Gefängnis sein muss Und frei ist frei Das gefällt mir sehr gut Okay, so Mario, ich bin später wieder zurück, ne? Ich lau mich jetzt mal hier aus Ich bin unter der Treppe Dann übergebe ich den Stream, dann übergebe ich den Stream jetzt an Matteo, vor, lese ich nochmal kurz die letzten Subs, vor die reingekommen sind Wo haben wir denn den Chat? Also Claim hat auf jeden Fall neu gesuppt für 37 Monate, Quix für 3 Monate, Shabit, Kane2Dye für 39, MajorPain für 16, MiamiBob hat einen Sub verschenkt an Zodiac und an Apple Juice und Katzruppler für 35 Monate, AlexTheKids hat für 4 Monate gesuppt Danke Leute, danke fürs Zusehen Jetzt kommt Matteo, weißt du schon, was du machst? Kein Rust wahrscheinlich Kein Rust? Kein Rust Kein Rust Oder vielleicht doch, man weiß es noch nicht genau Trimwood? Vielleicht auch doch Rust, weiß nicht Trimwood? Trimwood? Sehen wir gleich Na gut, Chat, ich bin raus Bis morgen